Also heute leuchtenden Waschbären sehen, der mit einem spricht und morgen dann Aids-Virus leugnen. Kann man machen, sollte man aber nicht. Guten Abend, da sind wir und es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man da so bei Twitch mal so reinschaut auf den Counter und es ist so fünf vor und dann macht es einfach so und plötzlich sind irgendwie 800 Leute da. Das ist schon echt, echt großartig. Ist das schön, dass ihr alle da seid. Yes. Ein herzliches Hallo in die Runde, schreibt Creepy Sue und zwar vor allem an Gitti Glitzerglanz. Meine Feenflügel habe ich vorhin an der Garderobe abgegeben. Also um das ganz kurz zu erklären, bevor wir mit den wirklich wichtigen Dingen des Abends weitermachen. Die lieben Hoaxi Landen, meine Frau Sophia und ich haben ein vierwöchiges Format, das heißt Pärchenabend. Und da hatte die Alexa eine sehr schöne Idee. Vielleicht magst du das selbst sagen. Ja, ich hatte die famose Idee, so Persönlichkeitstests zu machen in der Live-Sendung und das hätte auch alles ganz gut klappen können. Es ist aber ein bisschen ausgehufert. Ja, und ich habe bei der Gelegenheit aber das Glück gehabt, feststellen zu dürfen, dass mein wahres Ich eine Fee namens Gitti Glitzerglanz ist. Und dafür bin ich sehr dankbar für diese Feste. Ich fühle mich so viel mehr. Das war der eine Lachflash und der andere Alexander war, als du mit mir einen Test gemacht hast. Wann sich für dich ein großer Traum erfüllte. Da haben wir also vollkommen sinnlose Fragen beantwortet, was dich zum Beispiel glücklich macht. Und da waren dann so viele Leute einfach dabei, nach einem langen Tag Sport machen. Da hat es dann deine Frau schon zerrissen an der Stelle, was ich nicht verstanden habe. Ich auch nicht. Warum so viel an dieser Antwort sehr lustig fand. Und dann kam aber am Ende heraus, dass sich dein großer Traum erfüllen wird. Ja. Am 24.12.2020. Ja, am 24.12.2020. Hatte sich mein Traum sozusagen bereits erfüllt. Ich habe es nur nicht mitgekriegt. Und dass es auch noch Weihnachten war. Ja, als ich mich dann einfach zerrissen habe, konnte ich dann auch nicht. Und das Gemeine war, sowohl bei Gitti Glitzerglanz als auch bei diesem Datum haben wir jeweils dann so einen Lachflash gekriegt, dass die anderen, dass andere Pärchen die Antwort nicht mitbekommen hat. Und das war dann immer so ein bisschen leidend. Ja, was denn? Was ist denn so lustig? Was denn? Was war denn überhaupt die Frage? Das war bei dir so schön. Was war denn überhaupt die Frage? Ja, ich habe, was war denn, um was geht es eigentlich und warum lachst du so seit fünf Minuten? Ich hoffe ja so ein bisschen, dass unser heutiges Thema... Ernsthafter wird ja ganz sicher. Ganz klar. Also, es gibt, lass es uns so beginnen, es gibt eine ernsthafte Komponente, definitiv. Ich meine, völlig ungefragt, unddings, setzen Sie bitte das richtige Wort ein, ist ja, dass Menschen, die behaupten, sie wissen irgendwas und andere Leute, die ihnen glauben, in Gefahr bringen können dadurch. Das sieht man jetzt zum Beispiel während unserer elenden Corona-Gaudi. Da haben wir ja auch Professoren, von denen ich jetzt annehmen würde. Und vor allem, wo ich vor Corona durchaus angenommen habe, da ich ja nicht so viele Schwurbelbeispiele kenne wie ihr, vor Corona angenommen habe. Das sind Leute, die arbeiten wissenschaftlich, die halten sich irgendwie an diese Regeln, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich habe erst während Corona festgestellt, nee, nicht wirklich. Ja, natürlich. Alexa, magst du vielleicht einfach mal kurz erklären, wie man normalerweise wissenschaftlich arbeitet? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil so als Setup, es ist fast eine Definition. Genau, fast. Also, akademisches Arbeiten vollzieht sich innerhalb einer Gemeinschaft von Fachkolleginnen und Fachkollegen. Das ist ganz wichtig. Also, niemand sitzt da jahrzehntelang allein im Kämmerlein und kommt dann mit der großen Entdeckung der Weltformel um die Ecke, sondern akademisches oder wissenschaftliches Arbeiten ist halt ganz viel alltägliches, manchmal auch ziemlich anstrengendes und frustrierendes vor sich hin arbeiten und dann präsentieren von Forschungsergebnissen in einer Fachzeitschrift zum Beispiel. Und bis ein Aufsatz in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird, passiert noch einiges im Hintergrund. Das Ganze wird begutachtet. Und zwar auch wieder von Fachkolleginnen und Fachkollegen. Und wenn die Gutachter sagen, jo, das genügt wissenschaftlichen Ansprüchen, dann kann das in diesem entsprechenden Fachmagazin erscheinen, in dieser Fachzeitschrift. Und dann ist aber die Wissenschafts-Community nochmal dran, sozusagen erstens mal, weil sie die Daten ja bekommen hat von den Forscherinnen und Forschern, die Ergebnisse zu replizieren. Das heißt, Versuche zu wiederholen, Experimente zu wiederholen und zu versuchen, ob man zum gleichen Ergebnis kommt. Das heißt also, diese Forschung wiederholen kann und die Ergebnisse bekommt. Und man kritisiert in der Forschungs-Community eben nochmal sozusagen das methodische Vorgehen und die Studie und so weiter. Nimmt das also ganz genau unter die Lupe. Und da kann es dann auch nochmal passieren, dass man sagt, hier ist aber nicht sauber gearbeitet worden und das und das ist schiefgelaufen. Und deswegen müssen wir da entweder weiterforschen oder das nochmal anders machen. Und das ist weltweit, oder? Das ist international tatsächlich der normale Ablauf, ja. So, und was waren jetzt die Buzzwords? Sind Peer-Review-Verfahren? Genau, Peer-Review-Verfahren, genau. Das sind also die Fachkolleginnen und Fachkollegen, die auf das Paper, auf diesen Aufsatz drauf gucken. Das Paper. Das werden wir heute öfter hören. Paper, Aufsatz, wie nennt man das noch? Studie? Also im Grunde genommen sprichst du, wenn ich darf, von einem Manuskript. Also eine wissenschaftliche Arbeit, die du veröffentlicht willst, ist erstmal ein Manuskript. Und was du jetzt ausgelassen hast, das ist zumindest da, wo ich arbeite zum Beispiel, so, dass man auch mit mehreren Autoren so ein wissenschaftliches Manuskript in der Regel verfasst. Da gibt es immer den Erstautor, der macht die meiste Arbeit und dann gibt es Co-Autoren, die dazu beitragen. Und das ist so die erste Stufe. Also der Erstautor schreibt erstmal was runter und dann sagen die Kollegen schon, ah, warte mal, du bist zwar der Experte, aber das habe ich jetzt nicht verstanden, so wie du das geschrieben hast. Sollen wir das nicht anders formulieren? Das können die ja. Und der letzte Autor, das meiste der Institutsleiter, da gibt es Unterschiede. Also unser ist sehr, sehr aktiv. Also der schreibt dann auch sehr viel mit und stellt nochmal sehr viele Fragen und sagt, das ist ein toller Schluss, den du ziehst, aber da brauchst du mehr Literatur, um diesen Schluss ziehen zu dürfen. Da musst du nochmal mehr raussuchen. Und das ist so ein internes Peer-Review. Peers sind immer Gleichgesinnte oder Kollegen. Also Blicke, die draufgeworfen werden. Genau, genau. Dann geht es eben an so ein Journal, das sind diese wissenschaftlichen Publikationen, dann die Zeitungen sozusagen, die wissenschaftlichen Zeitungen. Da geht das Manuskript hin. Dann entscheidet das Journal überhaupt, ob sie es annehmen möchten. Ob sie sagen, das passt zu uns. Und das ist ein gut geschriebenes Manuskript. Und dann geht es dort auch nochmal in ein Peer-Review. Und da gibt es dann mitunter sogar Peer-Reviews, die anonym sind. Das heißt, dann bekommt das jemand, der gar nicht weiß, wer hat denn das geschrieben. Weil es könnte ja auch sein, dass man in Konkurrenz zueinander steht, Institut. Und dann will man sicherstellen, dass die jetzt, die lesen das und sagen, Mist, das wollen wir doch auch nächste Woche veröffentlichen. Dann mache ich da ganz viele Fehler rein, damit die das, also das gibt es dann auch nochmal. Und dann am Ende, wenn das alles abgearbeitet ist und man jeden Punkt, der kritisiert wird, nochmal beantwortet, dann wird es in der Regel veröffentlichen. Man merkt schon, das ist total unangenehm und hat wahnsinnig viel mit Kritik zu tun. Furchtbar. Das ist auch schon ein Riesenunterschied zu den Echokammern, die du halt in der Pseudowissenschaft hast. Weil da nämlich Community halt nur zur Bestätigung dient. Und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil das so ist mit dieser ganzen Kritik und so. Und weil das alles immer in Streit- und Meinungsverschiedenheiten oder sagen wir mal so wissenschaftlich belegbare Meinungsverschiedenheiten. Ja, so ein bisschen schon. Wiegt es umso schwerer, wenn man sich in der Forschung einig ist, wie beim Klimawandel zum Beispiel, beim menschengemachten. Also wenn man sich vor Augen führt, dass die ganze Forschungsarbeit eigentlich immer nur im Kritisieren und Nacharbeiten und Verbessern besteht, dann muss man sich immer vor Augen führen, was das heißt, wenn sich dann die Forscherinnen und Forscher einig sind über den menschengemachten Klimawandel. Das ist ein ganz guter Punkt. Vielleicht sollte man auch noch anfügen, dass Kritik in diesem Kontext nicht unbedingt dieselbe Bedeutung hat wie Kritik, wie man sie sonst im Alltag versteht. Das klang jetzt so nach Streit und nach Gegnerschaft und so nach organisiertem Mobbing. Ja, das schreibt Martin Moder, sagt auch, ich schreibe gerade Miss Procrastinate, er sagt immer, Wissenschaft ist professionelles Mobbing. Ja, genau. Das ist nicht ganz falsch. Da ist schon viel richtig darin. Aber man sollte sich das jetzt nicht so vorstellen, als wären Wissenschaftler alle böse aufeinander und würden einander gegenseitig da bekämpfen. Das ist ganz normal. Und wenn jemand einen Vortrag hält auf einer Konferenz, dann ist einfach ganz normal, dass die anderen Leute dann nicht sagen, oh, das war aber sehr schön und gut gemacht, sondern die stellen die gemeinsten und pingeligsten Fragen, die ihnen nur einfallen. Und das macht man nicht aus Boshaftigkeit, sondern das ist einfach Teil der akademischen Kultur. Und genau deswegen, wie Alexa gerade gesagt hat, wirkt es umso schwerer, wenn man sich dann tatsächlich mal weltweit einig ist über irgendetwas. Deswegen verteidigt man ja auch, das ist ja der Begriff, seine Promotion, seine Doktorarbeit, die wird verteidigt. Aber man nennt das tatsächlich so, ja? Das ist eine Verteidigung. An manchen Unis heißt das so, ja. Ja, nicht an allen, aber... An deiner nicht, Holm, nein. Nein, nein, da hieß es tatsächlich Doktorprüfung. Doktorprüfung, ja. Ach so, alle anderen mussten verteidigen, aber bei dir war es einfach eine Doktorprüfung. Weil du vielleicht... Ist es bei den Medizinern eher so mit der Verteidigung? Nee, das hängt von der Uni ab. Ach, tatsächlich, ja. Aber der Himmler war beim Militär, wenn der verteidigt hat. Da bleibt kein Auge trocken. Der holt den schweren Geschütz raus. Aber das ist genau der Punkt, das ist so wie so ein Lektorat bei ihr, Tommi, auf Speed im Grunde genommen. Genau, die Hölle. Das sind dann aber auch Lektoren, in dem Bild zu bleiben, die halt die Lücken kennen. Weil die forschen in der Regel absichtlich, werden die ja ausgewählt in dem gleichen Bereich. Da werden ja Leute gesucht, die ähnliche Dinge machen wie du. Nur die können ja beurteilen, ob das Bestand ist. Und ich selber habe jetzt auch ein, zwei Mal schon als Reviewer gearbeitet. Das ist total spannend, das zu tun. Und man ärgert sich so ein bisschen, weil wir ja alle ein bisschen eitel sind, wenn dann einer sagt, da hast du eine Lücke gefunden und man sagt, ja scheiße, ist aufgefallen, da wollte ich jetzt mal. Ich weiß, dass ich nochmal 20 Fragebogen mehr hätte haben müssen oder so. Aber man selber macht es dann ja auch. Und das dient einzig einem Zweck, dass das, was in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird, die bestmögliche Qualität hat, die es haben kann. Das ist eigentlich der Grund, warum man da so genau hinschaut. Und weil vollkommen klar ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch nur Menschen sind und auch ganz menschliche Schwächen haben. Wir haben über viele schon gesprochen, Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler. Der Wunsch zu veröffentlichen und vielleicht eine kleine Abkürzung zu nehmen, damit es ein bisschen schneller geht und dann methodisch und sauber zu arbeiten. Oder der große Wunsch, dass man seine große Lebensarbeit doch dann endlich fertig kriegt und veröffentlicht kriegt. Und dass das dann auch alles stimmt, was man sich da jahrzehntelang überlegt hat. Und dass dieser Wunsch so überhand nimmt, dass man andere Sachen unter den Tisch fallen lässt. Und das sind alles Sachen. Oder halt auch eine Ideologie oder ein religiöser Glaube oder was. Genau, das soll sich jemand mitbringen. Das muss dann so sein. Genau, jetzt verlassen wir gerade, wie es so unsere Art ist, im Stream of Consciousness mal eben einfach die Definition und sind schon mittendrin. Ich würde vorher vielleicht nochmal einmal kurz erwähnt haben wollen, ganz banal. Ihr seht, dass da so Logos unter dem Florian Aigner sind. EU Mythbusters und Europe Direct und R9 und Jeff. Das sind die Leute, die uns gelegentlich, so auch heute, ermöglichen, dass wir, ja, dass wir das hier nicht nur komplett, äh, wie sagt man? Aus Spaß. Aus Bono, aus, nicht nur, genau, dass wir ein bisschen, ein bisschen was dafür bekommen. Was ganz großartig ist und dafür haben sie Rechte. Eines dieser Rechte ist, dass R9 es im Fernsehen ausstrahlen darf, dass Twitch, äh, quasi mit, äh, entsprechender Zeitversetzung im Fernsehen läuft, natürlich ohne den wunderbaren Chat. Und sie haben noch etwas anderes sich, äh, damit ermöglicht, nämlich, dass der Florian Aigner... Auch ich? Ja, das bist du, Florian. Den haben sie ermöglicht. Wir haben den Florian Aigner, nein, dass du mal einmal kurz diese zwei Links, äh, 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 rausposaunst, die durchaus auch hilfreich sind, also die jetzt kein Bullshit sind, sondern... Ach so, ich, 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 ich hatte schon Angst, ich müsste jetzt irgendwie was vortanzen oder so, aber... Das kannst du, kannst, während du die Links einmal erzählst, kannst du sie auch tanzen, aber... Nein, das ist ja lieber, du würdest die Buchstaben... Die Links nämlich sehr gerne, die sind nämlich tatsächlich empfehlenswert, das ist mal die Seite eufake.news, ähm, wo es geht um die Corona-Krisenreaktion, äh, Europas. Und dann gibt's noch eufake.news, eufake.news, äh, wo es geht um Projekte zur Bekämpfung von Desinformation und Fake News, äh, ist, ist, ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Und das sind eufake.news und eufake.news, äh... Ach so, Moment. Und eufake.news. Ah, Entschuldigung. Man kann's aber auch anders betonen, eufake.news. Nein, das erste war euhandelt.jetzt, ich muss mich entschuldigen, ich hab da jetzt, äh, bin da in der Zeile verrutscht. Eufake.news. Wir reden jetzt seit 13 Minuten und schon das erste Fettnäpfchen von mir, es ist furchtbar. Äh, wenn, wenn das Stream dann vorbei ist, schimpft Tommy dann wieder ganz so. Nein, ich schimpfe überhaupt nie, sondern ich lache dich halt einfach stundenlang aus und nenne dich dann... Das tut viel mehr weh. ...geht die Glitzerglanz. Genau, das tut viel mehr weh. Äh, sag nochmal die erste Adresse. Also, EU-Krisenreaktion, das war euhandelt.jetzt. Okay. Und das Projekt zur Bekämpfung von Desinformation ist eufake.news, das ist glitzer. Genau, also vielen Dank, äh, dass ihr uns unterstützt, das ist echt großartig. Wir haben heute, irgendjemand hat geschrieben, wir hätten 50. Sendung. Oh, was? Ich hab den Überblick komplett verborgen, das kann gut sein. Wir haben in 50 Sendungen, konnten wir sechsmal eine Gage zahlen. Also wir arbeiten dran, es läuft. Genau, ähm, das, das war mir wichtig. Dann haben wir Des, ähm, ja und, ähm, der Grund, warum dieses Thema halt gerade jetzt, äh, mir irgendwie in den Sinn kam, ist, ähm, weil bei der Uni, irgendeiner Uni in Hamburg. Hamburg, ja, ja. Genau, da gab es wohl einen Professor, der eine, Achtung, Gänsefüßchen-Studie herausgebracht hat, wo es dann auch noch, wenn ich mich recht erinnere, eine Presseverlautbarung dazu gab. Ja. Wenn ich kurz darf, weil ich weiß, du hast da ganz viel zu gemacht, aber irgendwann bin ich dann auch hochgekocht, zu einem Zeitpunkt, als ich gar keine Zeit dafür hatte. Du hast dich sehr echauffiert. Ja, ich habe mich echauffiert, äh, du kannst ja gerne gleich nochmal reinschauen, also es ist tatsächlich so, dass diese Studie, also Studie ist ja erstmal kein geschützter Begriff. Wenn ich nach draußen gehe und mich einmal umschaue und dann wieder reingehe, habe ich eine Studie gemacht, wie es gerade in Hamburg aussieht. Das heißt ja erstmal gar nichts. Das ist eine Studie. Ja, das ist eine Studie. Also ich habe gesagt, er hätte herausgefunden, dass Corona ein Laborunfall ist. Und dann denkt man sich, hochspannend. Und das ist natürlich eigentlich, wenn du das rausfinden würdest, tatsächlich auch eine Presseankündigung wert. Völlig klar. Total spannendes Thema. Und es in einer wissenschaftlichen Studie belegen können. So. Und dann stellt man aber fest, dass diese Studie, also ResearchGate ist ein Portal, da kann sich jeder anmelden, der nach Forschung tätig ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sich auch anmelden kann, weil man nicht nach Forschung tätig ist. Doch, ich auch, ja. Die verifizieren das gar nicht. Wenn man in der Forschung tätig war, kann man das auch, ja. Ja, so. Und dann kann man da auch Dokumente hochladen. Das wird gerne dafür benutzt. Wir haben ja leider das Problem, dass viele Publikationen in der Wissenschaft sehr viel Geld kosten. Das ist ja manchmal einfach so, dass ein Artikel, wenn du den unbedingt lesen willst, weil du glaubst, den brauche ich jetzt gerade in meiner Arbeit, das würde mich hochgradig interessieren, dann guckst du, dann kostet der 180 Dollar. Und dann denkst du dir, ist der jetzt, brauche ich den oder brauche ich den nicht? Dann kann man zum Beispiel bei ResearchGate die Autoren anschreiben und kann sagen, Entschuldigung, ich bin total daran interessiert, gibt es eine Option, dass ich zumindest mal den Ergebnisteil bekomme oder dass ich da mal reingucken kann. Und dafür ist ResearchGate super, weil das dürfen Autoren auch in diesem Fall dann machen an Magazinen vorbei. Da gibt es noch so besondere rechte Regelungen und solche Geschichten. Wenn die das dürfen, machen die das. Dann ist es aber nicht frei veröffentlicht. Du kannst aber bei ResearchGate auch theoretisch in deinem Portal einen Einkaufszettel verlinken. Und dann könnte man sagen, Herr Waschkau hat auf ResearchGate eine Studie veröffentlicht, die aus seinem Einkaufszettel besteht. Also etwas, was keiner geprüft hat. Etwas, was nicht diese ganzen Prozesse, die Alexa gerade so wunderbar beschrieben hat, durchlaufen hat. Auch das kannst du bei ResearchGate einstellen. Und das hat dieser Herr Professor in Hamburg gemacht. Okay, und wie viel, also wenn wir jetzt sagen, Einkaufszettel sind 0% und eine richtige Studie sind 100%. Bei wie viel Prozent befand sich der so? Kann das jemand von euch sagen? Ich halte das für Fantasy-Literatur, was der für. Zehn? Nein, also ganz Fantasy-Literatur war es nicht, aber ja, zehn trifft es wahrscheinlich ganz gut. Zehn Prozent. Also was er gemacht hat, war... Und er hat Sachen gelesen davon. Er hat gegoogelt, das hat er gemacht. Und er hat dann relativ wild und ungeordnet einfach Texte aus dem Internet zusammen kopiert. Das ist ja auch so schön, weil bei einer wissenschaftlichen Studie ist es natürlich üblich, dass man zitiert. Man muss natürlich beweisen, dass man viel recherchiert und viel gelesen hat und das wird dann zitiert. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat es einfach reinkopiert. Er hat einfach eins zu eins irgendwelche Texte genommen. Ganz unterschiedliche vom Zeitungsartikel bis zum tatsächlichen Fachartikel. Er hat das dort reinkopiert. Er hat dann so schön in Knallgelb markiert die Sätze, die ihm irgendwie interessant erschienen. Was? Und dazwischen hat er dann irgendwie seine eigenen Kommentare dazu geschrieben. Also er hat wirklich so Steuerung C, Steuerung V, also exakt so quasi im Browser markiert und drüber gezogen. Ja, er hat nicht mal das Layout geändert. Also das war wirklich ein Zusammenstöpseln von irgendwelchen Artikeln, die seiner Ansicht nach irgendwie darauf hinweisen, dass eben das Coronavirus aus dem Labor stammt. Das heißt, wenn er irgendwie eine Wochenzeitschrift, einen Artikel veröffentlicht hat, in der irgendeine Frage aufgeworfen wurde, die ihm verdächtig scheint, dann ist das da drinnen gelandet. Und das Ganze nennt man dann am Ende eine Studie. Nein, Mann nicht, er. Ja, genau. Hat natürlich mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, wie es Alexa erklärt hat, genau überhaupt nichts zu tun. Das ist maximal journalistische Arbeit. Wenn ein Journalist etwas darüber schreiben möchte, würde er so beginnen, sich dem Thema mal anzunähern. Also so darstellen würden es Leute, die so Verschwörungsmythen verbreiten oder sowas. Also so eine Verschwörungsmythen-Website, die würde so mit Screenshots von irgendwas und hier irgendwelche Fetzen und da irgendwelche Fetzen und dazwischen Kommentar. Also die Arbeitsweise erinnert genau an Leute oder so diese Bücher von irgendwelchen aus den 80er Jahren, von denen dann später Jan van Helsing abgeschrieben hat. Also so die Arbeitsweise etwa ist das. Ja, oder kennt ihr das aus Filmen? Da sieht man manchmal so Verschwörungstheoretiken, die an der Wand mit Gizdettel und dann so mit roten Fäden da Verbindungen ziehen. So ungefähr kam mir das vor. Habe ich hier an der Wand mit Fernsehredakteuren, aber das ist eine völlig andere. Mit Gewaltverbindungen ziehen, wo es eigentlich keine gibt. Nicht mit Gewalt, mit Wollfahren. Und auf diesem Niveau war es aber dann. Mehr kam nicht mehr. Aber Moment. Und der große Skandal, ich muss das nochmal nachschieben, der große Skandal daran war ja dann, dass ich zunächst mal ja gesagt habe, das muss doch eine Öffentlichkeitsabteilung einer Universität auch prüfen. Das hat mich 3,8 Minuten Zeit gekostet zu erkennen, dass das halt keine Studie ist und dass man sich damit als wissenschaftliche Einrichtung schadet, wenn man das so nennt und wenn man darüber eine Pressemitteilung schreibt. Das hat mich schon mal aufgeregt. Da habe ich gesagt, das muss nachgearbeitet werden. Wie kann diese Öffentlichkeitsabteilung da so gefuscht haben? Hast du rumgeschrien in deiner Wohnung? In Twitter. Ja, ein bisschen schreit. Ja, war er ein bisschen laut. Ja, war laut während des Twitterns. Ja. Auch, ja. Wann, Krupp, Scheiße, vertippt, wann. Ich hab so nen Kärz. Hashtag ab, nee, Dollarzeichen, Scheiße. Ja, die Katzen waren sehr irritiert. Und dann habe ich ein Interview gefunden, das dieser Herr Professor dem ZDF gegeben hat, wo er sagt, er hätte mit dem Direktor der Universität das besprochen und hat sich beim Direktor der Universität bedankt dafür, dass er das mitgetragen hat, damit auch mal ein anderer Diskurs zum Thema Corona zum Tragen kommt. Und sie hätten bei dem Vorgespräch beim Direktor der Universität oder Präsidenten der Universität, lass mich gerne korrigieren, hätten sie schon gesagt, da werden wir doch sicher in den Kreis von Verschwörungstheoretikern gesetzt werden. Und jetzt würde er sich darüber freuen, dass genau das passiert sei. Und da muss ich sagen, ist natürlich völlig klar, wenn du weißt, der Chef von ganz oben, der deinen Vertrag am Ende unterschreibt, will das so haben. Dann hast du als Presseabteilung natürlich auch schlechte Karten. Da kannst du entweder deinen Job riskieren und Rückgrat haben oder du sagst, mein Gott, das wird ja schon jeder feststellen, dass das Quatsch ist. Und dann machst du halt diese Pressemitteilung. Also als jemand, der in einer Presseabteilung arbeitet, an einer Universität, sehe ich das etwas zwiespältig. Ich sehe da einen Punkt schon natürlich. Wenn das von ganz oben kommt, dieser Befehl, dann ist es schwer, sich dem zu widersetzen. Wir wissen allerdings ehrlich gesagt auch nicht ganz, ob das wirklich so war. Das hat eben nur dieser Professor behauptet. Und grundsätzlich muss man schon sagen, so etwas zu veröffentlichen als Presseaussendung einer Universität widerspricht ganz eindeutig den Regeln des Wissenschaftsjournalismus und der Forschungs-PR. Also das tut man nicht normalerweise. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die da sofort aufschreien würden und sagen würden, auf keinen Fall würde ich darüber in der Presse. Der Orion Fleigner zum Beispiel, den kennen wir ganz gut. Und jetzt machen wir noch eine Klammer auf und sagen ganz am Ende, und das Interessante dabei ist ja, dass das ein Physiker war. Das ist ja dann noch, damit haben ja viele Leute angefangen, aber das muss ja erstmal gar nichts heißen, weil Forschung ist ja frei. Eben, und wir hier haben auch Physiker, die über Corona reden. Also das ist vielleicht zwei davon. Zwei gleich diesmal, ja. Ja, aber wir würden nicht, also ich jedenfalls nicht, ich bin mir ziemlich sicher, der Florian auch nicht. Ich bin ja auch ziemlich sicher. Wir würden nicht dem wissenschaftlichen Konsens in einem anderen Fachgebiet widersprechen, aufgrund einer Internetrecherche. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich ärgere mich immer wieder, wenn auch in solchen Fällen dann den Leuten vorgeworfen wird, ihr seid ja gar nicht vom Fach, redet doch nicht drüber. Aber das finde ich nicht fair, denn jeder darf prinzipiell über alles reden. Das muss in Ordnung sein. Aber für mich ist auch das Entscheidende, was Holm gerade gesagt hat, wenn man als Außenseiter glaubt, dem Konsens einer anderen Fachdisziplin widersprechen zu können, dann muss man schon verdammt gute Argumente haben. Und wenn ich, angenommen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemals passiert, aber angenommen, ich als Physiker hätte eines Tages eine revolutionäre Idee über Virologie und wäre tatsächlich der Meinung, dass ich jetzt auf etwas gestoßen bin, was alle Virologinnen und Virologen auf der ganzen Welt immer übersehen hatten. Angenommen, das wäre so, dann käme ich jetzt trotzdem nicht auf die Idee, das zu publizieren ganz alleine, sondern ich würde mal reden mit Leuten, die vom Fach sind und dann kann man ja vielleicht gemeinsam was machen. Das wäre der wissenschaftlich sinnvolle Weg und nicht einfach als Physiker dann sagen, ich bin Physiker und ich weiß es einfach besser als ihr alle, wie euer eigenes Fachgebiet aussieht. Das ist schon irgendwie etwas problematisch. So, Blue666 schreibt genau die Frage, die ich eigentlich auch habe, wo ich vielleicht sogar schon eine Antwort darauf habe, was hat den denn dazu getrieben, sowas zu machen? Das weiß ich nicht, das müsste man ihn dann mal fragen. Ich vermute, er hätte es gerne so. Also ich sage mal, das ist ja, also grundsätzlich, dass dieses Virus irgendwie als über ein Labor vom Tier zum Menschen gelangt ist und als Laborunfall ins Freie gelangt, das ist ja etwas, was durchaus unter einigen Fachleuten, interessanterweise hauptsächlich in den USA und interessanterweise hauptsächlich während der Regierungszeit von Donald Trump, aber durchaus auch unter Fachleuten so diskutiert wurde. Das ist ja auch nichts, was man ausschließen kann. Also man weiß ja schlichtweg nicht, wie genau dieser Schritt zum Menschen gekommen ist und es ist nicht umsonst ein Team der WHO, was da recherchiert hat und bis jetzt auch nichts Vernünftiges rausgekommen hat. Klar ist nur, und das ist das, was der Wiesendanger in seinem Artikel eben auch zumindest mal den Eindruck erweckt hat, dass es ein bewusst künstlich erzeugtes Virus wäre aus dem Labor. Und das ist, da gibt es also ganz klare in hochwertigen Journalen veröffentlichten Studien dazu. Der Martin schon mal erklärt, hier sehr schön, ich weiß nicht mehr in welcher Sendung, aber er hat wunderbar erklärt, dass man wirklich nachweisen kann, dass es nicht künstlich ist. Es ist einfach ein Fledermaus-Virus, das direkt oder indirekt auf den Menschen übergegangen ist. Aber wenn du natürlich diesen Laborunfall hättest, wenn das so wäre, dass es aus dem Labor abgehauen ist, das ganze Ding, dann hättest du auch jemanden, der schuld ist. Dann wäre das keine Naturkatastrophe, was uns jetzt gerade allen passiert und was uns alle so furcht benervt, sondern du hättest einen Schuldigen. Und das hat natürlich eine gewisse Brisanz unter Umständen. Gut, es ist weiterhin ein Unfall, weil es hat da keiner absichtlich irgendwie gesagt, so jetzt setzen wir das mal frei. Aber du kannst eher sagen, so genau hier die Leute, die haben da irgendwie Mist gebaut und da schauen wir jetzt mal ganz genau hin. Und das ist irgendwie... Aber es hätte genauso gut, also es kann sehr, sehr gut natürlich passiert sein und das ist immer noch die plausibelste Erklärung, dass es natürlich im Wege passiert ist. Nur einen Zwischenwirt, vielleicht auch ohne Zwischenwirt, man weiß es nicht. Aber es ist natürlich legitim, das zu untersuchen. Ich will auch, dass das untersucht wird und es ist gut, dass die WHO das macht. Aber was mir auch noch wichtig ist, selbst wenn es wahr wäre, angenommen, was ich nicht glaube, aber angenommen, es würde sich herausstellen, dass tatsächlich diese Laborthese richtig wäre, selbst dann wäre diese Studie vollkommen ein Mist. Also es ist nicht so... Selbst wenn er ein Recht hätte, wäre die Studie scheiße. Ja, richtig, genau. Er hätte nur zufällig Recht. Wenn es stimmen würde, was ich absolut nicht glaube, dann würde es höchstens zufällig stimmen. Das ist einfach keine wissenschaftliche Arbeit und das ist ein großes Problem. Und jetzt wird natürlich dann gerne auch argumentiert mit der Freiheit der Wissenschaft. Das ist so ein Schlagwort, auf das stoßen wir heute vielleicht noch öfter. Das wird dann immer betont. Aber redet mir doch nicht rein. Das ist die Freiheit der Wissenschaft. Und die Universitäten rechtfertigen das dann auch gerne mit diesem Begriff, wenn ihre Leute irgendwie seltsame Schwurbeleien verbreiten. Und das ist einerseits natürlich ein guter Punkt, weil die Freiheit der Wissenschaft ist sehr wichtig. Andererseits ist es in diesem Fall aber falsch, denn die Freiheit der Wissenschaft wollte ja hier niemand einschränken. Es ging ja nicht darum, irgendwie jemandem zu verbieten, Wissenschaft zu machen. Ja, vor allem die Freiheit der Wissenschaft ist keine Freiheit der Methodik. Genau. Man kann es halt nicht irgendwas machen und dann trotzdem... Bitte unterstreichen Sie diesen sehr schönen... Also selbst das Irgendwas machen kann man ihm noch nicht verbieten, aber man sollte nicht den Eindruck erwecken, das, was er da macht, wäre seriöse Wissenschaft. Genau. Und wenn er keine seriöse Wissenschaft machen möchte, sondern einfach als Hobby Texte aus dem Internet zusammen sucht, dann ist das auch sein gutes Recht, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wie wurde das präsentiert? Es wurde ja präsentiert als offizielle Studie der Universität. Er hat das ja nicht irgendwo ins Internet gestellt, auf eine private Homepage. Dann würde ich sagen, ist peinlich, aber okay. Sondern das wurde ja kommuniziert als Studie, die in Verbindung steht zu seiner Universität. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass er das in seiner Arbeitszeit gemacht hat. Und dann ist das Ganze natürlich nach wissenschaftlichen Maßstäben zu bewerten und denen wird es nicht gerecht. Also ganz kurz noch mal zu der These, will ich noch einen Satz sagen, weil es ja vor zehn Jahren schon immer die Überlegung gab, dass uns so eine Pandemie erwischen könnte. Es hat ja immer Menschen gegeben, die gesagt haben, wir müssen damit rechnen, dass irgendwann mal ein Virus aus dem Ruder läuft und dann haben wir ein Riesenproblem. Deswegen gab es ja auch Pandemiepläne und so, weil Menschen sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ob es jetzt ein Aborunfall ist oder eine natürliche Mutation, aber mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir dem begegnen müssen, das kann man jetzt rückwirkend sich anschauen, haben Menschen immer gerechnet. Obama hat seinerzeit diese Taskforce gegründet, weil gesagt, wenn das passiert, müssen wir vorbereitet sein. Das war George W. Bush, der die Taskforce gegründet hat. Obama hat sie aufgelöst. Das passt nicht in meinen Konfirmation-Ballest. George W. Bush war nach diesen Briefen mit den Milzbrandsporen, war der geradezu panisch, was Pandemien angeht und hat also diverse Projekte dafür angestoßen, wo teilweise bis in die Trump-Ära noch die Notvorräte rumgelegen haben. Und weil aber das Geld dafür nicht mehr da war, ist ein großer Teil von diesen Notvorräten irgendwann entsorgt worden. Das ist niederschmetternd. Nein, das war der Obama bestimmt. Das kann nicht sein. So, jetzt haben wir aber, okay, ich hatte eigentlich dem Herrn Wiesenhuber-Danger was anderes unterstellt, weil das etwas ist, was mir jetzt so irgendwie aufgefallen ist, nachdem ich mich ja auch lange Zeit immer wieder vor Kameras geriert habe und festgestellt habe, dass auch das ein bestimmter Schlagmenschen ist. Nämlich Leute, die, haha, mit verhältnismäßig wenig Aufwand, nämlich einer Kamera, beim Fernsehsender sehr viele Menschen plötzlich erreichen, die ihnen dann zuhören, wenn sie nicht umschalten. In anderen Worten ist einfach Profilneurose, Freude daran, dass du Aufmerksamkeit hast und so weiter. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel solchen Leuten wie dem Streeck unterstelle. Also zumindest, wenn ich ihn so anschaue. Nicht, dass ich ihn persönlich kennen würde, keine Ahnung. Und es mag auch sein, dass mich jetzt jemand von euch korrigiert und sagt, nee, nee, das ist alles nicht wahr. Aber für mich wirkt es, dass sehr, sehr viele Leute, von denen, über die wir heute sprechen wollen, einfach das Problem haben, dass sie stattfinden wollen und dass sie es nicht ertragen, wenn sie vielleicht bei irgendwas nicht recht hatten. Und wie ist das Zitat von Drosten, Holm, was du so gerne... Ach so, das ist von Christian Lübbers, Eis-Nasen-Ohren-Arzt, Homöopathie-Kritiker, der mal gesagt hat, der Unterschied zwischen Christian Drosten und Hendrik Streeck ist eigentlich ganz einfach. Der eine, nein, also Streeck und Drosten, der eine hätte gerne recht, der andere lieber nicht. Das ist so schön. Und man muss jetzt aber auch mal sagen, also Streeck ist für mich, Florian, du darfst das gerne gleich nochmal sagen, was du im Vorgespräch gemacht hast. Ja, das ist auch wichtig. Aber Hendrik Streeck ist jemand, der ja im Grunde genommen ein guter Wissenschaftler in seinem Bereich ist. Hendrik Streeck hat sehr viel im Bereich des HI-Virus geforscht, hat da auch wirklich tolle Sachen entwickelt. Ist also wirklich jemand, der Professor geworden ist, weil er sich diese Meriten auch verdient hat, das muss man ganz klar sagen. Hendrik Streeck ist für viele Menschen ein sehr sympathischer Typ. Ich kriege aus ganz vielen Ecken immer zurückgemeldet, der ist total sympathisch. Hast du die Talkshow mit dem Streeck gesehen? Der ist so sympathisch. Der kommt so nett rüber. Das ist Herr Drosten ja nicht. Der ist ja mehr so spröde Christian Drosten, weil der sich einfach mit dem Thema beschäftigt. Der will auch vielleicht gar nicht sympathisch sein, weil er sagt, ich bin gar nicht wichtig. Das Thema ist wichtig. Das unterstelle ich jetzt natürlich alles. Und jetzt, wenn ich ein Fernsehmacher wäre, und da bist du natürlich wieder jemand, der da mehr Erfahrung hat, wen lade ich mir denn in so eine Talkshow ein, mit der ich Quote machen will, weil das ist meine Währung im Fernsehen. Da lade ich mir noch jemanden ein, den die Leute sympathisch finden. Weil dann schalten die ein. Und dann kann ich sagen, ich hatte eine super Sendung. Ich sag's mal so, da würde man dann als typischer Fernsehmacher, jetzt mal ungeachtet dessen, dass ich natürlich auf gar keinen Fall jemanden einladen wollen würde, bei dem man dann irgendwie feststellt, das stimmt vielleicht so nicht, gar keine Frage. Aber jetzt mal nur rein von dem Show-Effekt, den du gerade angesprochen hast. Das erste Mal lädt man ja gemeinhin jemanden ein, weil er empfohlen wurde oder weil du es irgendwo her hast. Und dann setzt du ihn da hin. Und wenn du dann aber feststellst, der funktioniert, selbstverständlich sage ich dann, also ich glaube, die Huxilas, die will ich jetzt immer im Ferngespräch haben, weil das ist ja super. Gar keine Frage. Und so ist es, mag sein, dass es bei dem Streeck auch so ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Der ist kameraaffin, der wirkt gut, der kann toll erklären. Sieht gut aus. Also ich glaube, dass er das ja auch inhaltlich, also das, was er erzählt, ist ja in vielen Fällen wissenschaftlich nicht unbedingt mal falsch. Also er geht halt mit einer gewissen ideologischen Voraussetzung daran, würde ich sagen. Darauf richtet er das aus, was er dann erzählt. Aber das ist doch das, wo wir vorhin festgestellt haben, das ist nicht das, was man als Wissenschaftler machen sollte. Ja, aber das ist das, was wir alle tun. Also das muss man natürlich auch mal sagen. Also in gewisser Weise sind wir natürlich alle so. Und er ist das immer so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen an der Grenze. Also er distanziert sich ja auch immer von den Leuten, die ihn dann vereint haben wollen. Ja, was gut ist. Du hast, Florian, sag doch bitte du noch mal das, was du vorhin gesagt hast. Ja, was ihr meint, glaube ich, ist, ich habe gesagt, Streeck ist für mich die Demarkationslinie. Alles, was schwurbeliger ist als Streeck, ist ein Problem. Und Leute wie Drosten sind aber auf der anderen Seite. Also ich würde mich davor hüten, Streeck jetzt als Esoteriker oder als Schwurbler zu bezeichnen. Das wäre einfach falsch. Und ich glaube, das ist auch vielleicht hilfreich anzuerkennen, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist. Und dass es vielleicht auch okay ist, wenn jemand mal in einer Talkshow sitzt und dort etwas sagt, von dem man dann ein paar Wochen später vielleicht denkt, das wäre besser gewesen, nicht zu sagen. Das darf passieren. Das ist in Ordnung. Also Streeck hat sicher viel Richtiges gesagt. Streeck hat halt auch einige Aussagen gemacht, die doch ziemlich unangenehm verharmlosend waren. Die übrigens auch am Anfang der ganzen Geschichte. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie wir in den Huxilla-Folgen gesagt haben, ach Leute, jetzt mal nicht so viel Panik und so weiter, so und so. Und ein paar Wochen später mussten wir feststellen, ups. Ja, aber es kann ja auch sein, dass eine Aussage vollkommen rational war mit dem damaligen Stand des Wissens. Das ist in Ordnung. Und das ist dann genau der entscheidende Punkt, dass man eben auch die Größe haben muss, zu sagen, okay Leute, da lag ich falsch. Ich hatte damals meine Gründe, heute bin ich schlauer. Und wenn man das nicht macht, ist halt schade. Aber Streeck ist für mich halt einfach wirklich so dazwischen. Ich möchte ihn da nicht attackieren, aber es war sicher auch nicht alles okay, was er gesagt hat. Also ich würde sagen, er bewegt sich eigentlich immer am Rande dessen, was sozusagen aus dem aktuellen Wissensstand noch vertretbar ist, aber halt immer am selben Rand. Und ja, ich finde, so etwas ist legitim. Es ist nicht so schön, wenn man immer nur solche Leute hört. Und wenn dann seine Aussagen die einzige Basis wären, auf der politische Entscheidungen getroffen wären. Ist das nicht beim Laschet mehr oder weniger so? Wenn Politiker versuchen, sich so jemanden als die einzige Legitimation für ihre politischen Entscheidungen zu holen. Und dann muss man ja hier sagen, was ja hinzukommt. Da sagt er auch inzwischen, das war ein Fehler. Er ist dann ja gemanagt worden eine Zeit lang von der PR-Agentur von Kai Diekmann, dem ehemaligen Bild-Chef, die ihn dann ja auch beraten haben. Die ja dann auch die Heinzberg-Studie, die berühmte Heinzberg-Studie, immens nach oben gejubelt haben, diese PR-Agentur. Aber warum brauche ich denn, warum braucht Gott ein Raumschiff? Warum braucht ein Wissenschaftler? Ja, das kann man ja, das sagt er ja heute selber, dass das ein Fehler gewesen ist. Aber da kommt natürlich auch sehr viel Kritik. Und da gab es auch sehr viele Stimmen aus der Wissenschaft, die gesagt haben, genau was du sagst, das ist jetzt ein bisschen drüber. Und eine Studie nicht im Rahmen eines Peer Reviews und dann in einem Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation zu veröffentlichen, sondern im Rahmen einer Pressekonferenz, die dann auch vom Wording her so ist, dass gewisse Ergebnisse, sagen wir mal, präsentiert wurden, wo dann wenige Tage später im offenen PR-Review alle Wissenschaftler, oder die viele Wissenschaftler aus dem Bereich gesagt haben, ja, nee, da hast du jetzt aber nicht richtig gerechnet. Da sind handwerkliche Fehler und mit diesen handwerklichen Fehlern sind die Aussagen, die in dieser Pressekonferenz getätigt wurden, nicht mehr haltbar. Und das ist ein Problem, wo er ja dann hinterher auch gesagt hat, es war ein Fehler, dass ich mich hab da managen lassen. Und das zeigt aber so ein bisschen, wie er auch drauf ist. Das ist übrigens kein Einzelfall. Ich weiß nicht, das könnt Florian und Holm, das könnt ihr wahrscheinlich besser erzählen, diese Geschichte mit der kalten Fusion damals, wo ja auch die Experimentatoren an die Presse gegangen sind und nun verkündet haben, dass sie da irgendwie diesen Versuch gemacht haben, dass der erfolgreich war. Und dann hinterher mussten sie leider anerkennen, irgendwie, dass dem doch nicht war. und dass ich das nicht replizieren ließ. Ja, das war 1989. Es gab damals schon längere Zeit die Vision, kalte Fusion zu erreichen. Das heißt, Atomkerne verschmelzen zu lassen, was normalerweise nur mit gewaltigem Energieaufwand geht, wie zum Beispiel eben im Inneren der Sonne oder in einem Fusionsreaktor. Und die Hoffnung war, die Idee war, das mit elektrochemischen Methoden im Labor, mit den richtigen Materialien hinzubekommen. Und damals eben 1989 gab es dann diese Pressekonferenz, auf der verkündet worden ist, dass die kalte Fusion gelungen sei. Es war eine weltweite Sensation und auch andere Labors haben dann gleich versucht, das zu reproduzieren. Hat nicht funktioniert, dann haben es die Wissenschaftler selbst selbst nicht mehr reproduzieren können. Und das gilt seither halt als schönes Beispiel dafür, dass man eben nicht mit Pressekonferenzen Wissenschaft präsentieren soll. Denn in einem ordentlichen Review-Prozess wäre genau das eben kritisiert worden und aufgeflogen, höchstwahrscheinlich. Und das ging so nicht. Allerdings ist es für mich doch eine andere Situation, als die jetzt bei Corona. Weil wenn jetzt Virologen oder Epidemiologen oder wer auch immer über die Pandemie sprechen, dann wollen wir ja schnelle Aussagen haben. Wir wollen nicht, dass wir jetzt einen Peer-Review-Prozess starten, der dann neun Monate dauert, was vollkommen normal ist für einen Peer-Review-Prozess. Sondern dann will ich wirklich sagen, Herr Professor Streeck, sagen Sie mir jetzt, nach dem jetzigen Stand des Wissens, Können wir morgen die Schulen wieder aufmachen. Genau, richtig. Und da muss ich, glaube ich, auch als Medienkonsument einsehen, dass ich das dann nicht nach den Maßstäben messen kann, wie ich normalerweise an Wissenschaft anlege. Das ist dann nicht Wissenschaft im klassischen Sinn, sondern das ist die Meinung eines Wissenschaftlers. Das ist sozusagen ein educated guess. Oder eine Wasserstandsmeldung zum jetzigen Zeitpunkt, die man als solches kenntlich sein muss. Man muss dann nochmal unterscheiden, gibt dieser Wissenschaftler, und das ist was zum Beispiel Christian Drosten in aller Regel in seinem Podcast tut, er hat auch mal über eigene Studien gesprochen, aber dann ordnet er die auch ein. Gibt ein Wissenschaftler auf einer Pressekonferenz den Stand der Forschung wieder, oder präsentiert er seine eigene Studie, die weltweit gesehen die 150. oder so zu dem exakt dem selben Thema ist, und verkauft das Ergebnis seiner Studie als den Stand der Wissenschaft. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Und genau diese Unterscheidung müssen wir machen, denn sonst heißt es wieder, der Wissenschaft kann man ja nicht trauen, weil letzte Woche hat ja ein Wissenschaftler etwas gesagt und das war dann falsch. Was ich sehr, sehr schön finde in dem Kontext, ist ja auch das Beispiel der überlichtschnellen Teilchen am ZERN. Das fand ich eine so wunderbare Geschichte, wie da Wissenschaftler festgestellt haben, irgendwann mal, hoppala, wir haben hier Teilchen, die sind überlichtschnell, wir haben jetzt hier überlichtschnelle Teilchen plötzlich, wie kann das denn sein? Und dann haben die das geprüft und geprüft und geprüft und haben gerechnet und haben intern sich das angeguckt und haben es nicht rausgefunden und haben irgendwann festgestellt, ich glaube, wir haben hier überlichtschnelle Teilchen. Und dann sind die an die wissenschaftliche Community gegangen und haben gesagt, das sind alle unsere Daten, die sagen, dass es hier überlichtschnelle Teilchen gibt, die kann es aber eigentlich nicht geben. Bitte guckt euch das jetzt an und guckt mal, ob das jetzt stimmt oder ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Und das war der Aufruf. Da ist dann natürlich die Presse aufgesprungen. Ich wollte gerade sagen, es stand trotzdem überall in der Zeitung. Ja, aber immerhin. Immerhin. So, und das war dann am Ende, was kam raus? Es war ein Kabeldefekt. In dieser Messanlage war ein Kabeldefekt und das hat ein Messfehler erzeugt, der dieses Ergebnis gemacht hat. Aber da sieht man ja, wie diese Forscher dann, anders konnten sie ja nicht arbeiten, irgendwann wird es dann öffentlich, aber sie haben einen Aufruf an die Wissenschafts-Community gemacht und haben gesagt, hier ist alles, was wir an Daten haben, alle Ergebnisse, das ist der Versuchsaufbau, so haben wir es verkabelt, diese Kabel haben wir benutzt, diese Messgeräte haben wir, bei uns ist das überlichtschnell und wir wissen aber eigentlich, dass das nicht sein kann. Müssen wir jetzt Einstein anpassen? Und dann irgendwann ist er auf die Idee gekommen, hat er euch das Kabel da mal richtig angeguckt? Und dann haben wir gesagt, Kabel reingesteckt, Experiment wiederholt und festgestellt, ah nee, prima, alles gut, alles doch nur Lichtgeschwindigkeit. Aber das ist ein schönes Beispiel, wie da eine Pressekonferenz nicht heißt, wir haben überlichtschnelle Teilchen gefunden, hurra, wir sind cool, sondern wir haben überlichtschnelle Teilchen, wir wollen die aber gar nicht haben, weil das kann alles nicht sein. Hilfe ist ein anderer Aufruf tatsächlich. Das finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie so ein fundamentales Ergebnis, das hätte ja auch sein können, dass da jetzt irgendwas gefunden worden wäre, wäre ja auch super gewesen. Am CERN war ja schon eine Community davor. Die haben schon geguckt. Am CERN macht keiner ein Experiment alleine. Also das typische CERN-Experiment, auch diese Neutrino-Experimente, das sind 100, 150 Leute an einem Experiment. Die haben das erstmal intern diskutiert und dann haben sie es mit den Leuten von den anderen Neutrino-Experimenten am CERN diskutiert. Und dann sind sie an die Öffentlichkeit gegangen. Genau. Also das ist was völlig anderes, als wenn ein einzelner Professor sagt, ich habe hier die Weltformel gefunden, und damit gehe ich jetzt zur Bild-Zeitung. Genau. Gut, er hat in dem Fall, also Streeck hat jetzt gesagt, ich habe die Heinsberg-Formel gefunden. Ja gut, Streeck war jetzt auch nicht alleine. Das war ja auch ein Team, aber halt sein Institut. Also wir wollen nochmal festhalten, dass wir beim Streeck, dass der nicht, der fällt nicht unter dem Bereich Schwurbelprofessor. Genau. Nein, tut er nicht. Wir kritisieren jetzt hier, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eher die Art und Weise. Er ist ein bisschen unglücklich, immer mal wieder aufgetreten. Das ist dann, und das ist ja auch der Punkt, wenn er jetzt sehr kritisiert wird, und ich finde, es gibt ja auch Hashtags auf Twitter, die ich nicht wiederholen werde, die ja auch vollkommen unpassend sind. Da sehen wir dann so dieses Toxische an sozialen Netzwerken natürlich wieder, das ist auch nicht richtig, aber das erklärt dann ja auch immer wieder, dass er in so einen Rechtfertigungsdruck kommt, sagt, so habe ich das gar nicht gemeint, ich bin aus dem Kontext zitiert worden, und natürlich müssen wir, und dann denkt man sich aber dann, also entweder muss ich dann noch vorsichtiger in so Talkshows sein, wo ein paar Millionen Menschen zugucken, oder ich muss da nicht mehr hingehen. Also es muss ja auch unfassbar stressig sein. Das wird ja bei aller Liebe. Das kann, das können Leute, er kann, ich würde jetzt mal unterstellen, der kann es ganz schwer nur. Und dann muss ich aber auch damit rechnen, dass ich kritisiert werde, dann darf ich ja nicht sagen, nee, die sind alle so gemein zu mir, also das ist so, dann musst du dir das überlegen, ob du dich in die erste Reihe stellst, mit deiner Meinung, dann musst du aber auch sagen, okay, da habe ich jetzt mal Blödsinn erzählt, oder ich habe es falsch ausgedrückt, aber dann darf man nicht sagen, die sind alle so gemein zu mir. Jetzt schreibt der Longmeister, noch ein Aspekt, den ich für relativ typisch halte, er nimmt nämlich Sachen aus seinem Forschungsgebiet und überträgt sie auf ein anderes Forschungsgebiet. Im letzten Fall ist das Forschungsgebiet jetzt nicht so viel anders, aber der kommt ja aus der Aids-Forschung. Und bei Aids ist es eben tatsächlich so, dass man am Anfang gesagt hat, also da gab es den Robert Gallo, einer der Entdecker des HIV-Virus, der gesagt hat, ich empfehle allen Leuten enthaltsam zu sein, bis wir einen Impfstoff haben, was wir glücklicherweise nicht gemacht haben, weil das war 1982. Und wir haben sozusagen gelernt, und das ist das, was auch Streeck in einem Interview mal gesagt hat, was ich sehr erhellend fand, über seine Art zu denken. Wir haben gelernt, mit HIV zu leben und wir werden lernen müssen, mit Covid-19 zu leben. In gewisser Weise stimmt das ja auch, aber hoffentlich nicht dadurch, dass uns irgendwie eine halbe Million Leute in Deutschland vorher weggestorben ist dadurch. Der Longstorm schreibt hier, und die Meinung des Chats, gibt immer die Meinung des Chats und nicht zwangsläufig dieses Gremiums wieder. Wenn Streeck nicht meine Eltern und meine Familie gefährden würde, würde ich euch zustimmen. Aber er tut es, damit landet er in meiner persönlichen Schwurbelkiste. Das ist nochmal sehr schön, also ja, verstehe ich diese Aussage, aber das hat Holm, wir sollen das ja nicht immer machen, das hat Holm, das hat Florian, aber das hat Holm sehr schön beschrieben. Da muss man dann tatsächlich den Eltern auch sagen, ihr dürft nicht auf eine Person hören, sondern was sagt denn die insgesamte Wissenschafts-Community? Und aller Aussagen nach, kann man sich auf das, was Herr Drosten und Frau Siemeck, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, Sie sagen in dem Podcast, das ist, finde ich, immer noch ein Streifen aktueller an dem Standard dran und auch die Prognosen, die in diesem NDR-Podcast getroffen werden, treten überhäufig dann auch so ein, wie sie vorher gesagt wurden, das ist bei Herrn Streeck nicht der Fall. Da muss man einfach sagen, die mit den Leuten, die mit der Wissenschafts-Community anheim sind und, ja. Sandra Zizek ist ja keine ursprünglich Coronavirus-Forscherin im Gegensatz zu Christian Drosten, aber die hält sich eben an den wissenschaftlichen Konsens mit dem, was sie wieder gibt. Also, lasst uns den Herrn Streeck mal abschließen. Ich meine jetzt nicht so generell, nur innerhalb dieses Gesprächs. Der Mr. Capture schreibt noch, laut Streeck werden die Inzidenzen im März sinken. Solche Voraussagen hat er ja schon mehrfach gemacht und das hat irgendwie nicht so richtig... Ja, mehr werden... Da sagen andere, wir müssen abwarten, was die Mutationen machen, das können wir jetzt noch nicht vorhersagen. So, das ist die ehrliche... Das ist aber eine unsexy Aussage, die will ich da auch in der Hochschule haben. Ich weiß auch nicht, die habe ich jetzt aus dem Chat vorgelesen, ich kann euch nicht... Ich kann euch mal sagen, ob er das tatsächlich gesagt hat. Ja, wenn jemand das in den Chat schreibt, hat er das natürlich... Also, dann würde ich da jetzt nicht unterstellen, dass das erfunden ist, aber ich weiß nicht, wie alt die Info ist und so weiter. Okay, lasst uns mal von dem Kerl wegkommen und überhaupt vielleicht von Corona, denn das ist ja jetzt nicht neu, Schwurbelprofessoren. Die nennen wir nur seit neuestem so, aber neu ist das nicht. Wer war denn der Erste, der wissenschaftlich gearbeitet hat, also wo man unterstellen hätte können, dass er wissenschaftlich arbeitet, so wie Alexa das am Anfang geschiefertafelt hat, aber wo man dann feststellt, äh, warte mal. Ich glaube, das gibt es so lange, wie es Wissenschaft gibt, dass auch und so lange Leute als bedeutende Wissenschaftler wahrgenommen wurden, dass sie komisches Zeug verbreitet haben und gerade in den Anfängen der Wissenschaft hat sich ja Wissenschaft... Also, da gab es Leute, die haben sich mit Physik und mit Alchemie beschäftigt. Das meinte ich eben, bevor... mit Astronomie und Astrologie und so weiter... Ich meine, ab dem Moment, wo Leute wirklich im Peer-Review-Verfahren und so weiter und mit dem... hat sich ja alles auch langsam entstellt. Ist gewachsen, genau. Ich habe einen Kandidaten, den ich heute erwähnt haben möchte, der für mich da sehr rausschlägt, der schon sehr alt ist, aber es gab sicherlich auch vor Philipp Lenart schon welche. Philipp Lenart. Philipp Lenart war ein Physiker. Der hat so Ende des 19. Jahrhunderts ganz, ganz wichtige experimentelle Messungen gemacht, insbesondere zu der Frage, was passiert, wenn Licht und wenn UV-Licht auf Metalle scheint und wenn da Elektronen rausgelöst werden. Das ist der sogenannte Fotoeffekt, den kannte man damals schon und die Messungen von Philipp Lenart waren im Wesentlichen die Grundlage für die Doktorarbeit von Albert Einstein und die Grundlage auch dafür, dass Einstein später den Nobelpreis bekommen hat. Also er war sozusagen der Experimentator zu, abgesehen von der Relativitätstheorie, die hat Einstein auch noch gemacht, aber zu den Arbeiten, für die Einstein wirklich offiziell ausgezeichnet worden ist. Klingt jetzt nicht so arg schwurblich. Nein, das Problem war, dass Philipp Lenart ein Problem mit Einstein hatte und das beruhte im Wesentlichen mal darauf, dass Einstein Jude war. Also Philipp Lenart war glühender Antisemit, war auch später glühender Nazi und hat während des dritten, dementsprechend mussten die Theorien von Einstein natürlich falsch sein. Da sind sie wieder. Für Lenart war die gesamte moderne Physik falsch, also nicht nur die Relativitätstheorie, weil da war Einstein ja nun ganz vorne dabei sowieso, aber auch die Quantenmechanik war falsch. Sagte er, war sie ja nicht. In Anschluss. Für Lenart war sie falsch. Und Lenart gehörte zu einer Gruppe von Physikern, die später in den 30er Jahren die sogenannte arische Physik begründet haben. Und das ist ein schönes Stichwort, weil wir natürlich überhaupt über alle Forschungsprojekte im Dritten Reich unter den Nationalsozialisten im Prinzip reden müssten, weil du da ja schon eine Zeit hast, in der wissenschaftliches Arbeiten schon nah an den heutigen Standards gewesen ist in vielen Fachgebieten. Du aber hier zum Beispiel in der Forschungsgemeinschaft Deutsches Anerbe Wissenschaftler überwiegend, hattest die sich so ideologisch haben einkaufen lassen von den Nazis, dass eben alles, was an Forschungsbemühungen da war, nur noch dem einen Zweck diente, sozusagen das zu reproduzieren, was die Nazis haben wollten und keinem anderen mehr. Und die haben dann tatsächlich nur noch das gesucht, was sie suchen sollten und manchmal gefunden oder eben auch nicht und dann haben sie halt weitergemacht. Also das ist keine Forschung im eigentlichen Sinne, das ist ideologisch geprägt, dass wir suchen nach Dingen, die... Arische Physik, ich meine, es gibt doch Physik, man kann ja nicht sagen... Ja, genau. Naja, das Problem ist, dass zu dem Zeitpunkt eben diese moderne Physik, die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die sind ja schon sehr abstrakt. Die sind, da ist vieles anders, als man sich das so bildlich vorstellen kann, weil das eben auch Dinge behandelt, die relativ weit von der sinnlich wahrnehmbaren Realität weg sind. Und Lenart hat irgendwie zusammen, wie gesagt, mit ein paar anderen Physikern gesagt, nein, nein, also die klassische Physik, wo also sozusagen sich Körper irgendwie, ein Körper bewegt sich durch den Raum und da wirken irgendwelche Kräfte und sowas, das ist die eigentliche Physik. Die stammt zwar eigentlich, geht alles das meiste, geht auf Newton zurück und auf Maxwell, aber, also eigentlich Engländer, aber... Die mochte man ja anfänglich noch. Das ist die richtige Physik und diese, 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 das ist die arische Physik und die, die entwickeln wir jetzt weiter und auf der Basis und, und alles dieses komische, moderne, abstrakte, nicht vorstellbare Zeug, das muss alles falsch sein. Da gab es ein, anders als in anderen Fachrichtungen, wo sich diese, die, die ideologische Forschung total durchgesetzt hat, gab es da in der Physik einen echten Kampf, weil es gab natürlich auch eine seriöse Physik weiterhin in Deutschland mit Heisenberg, mit Pauli, mit, mit Otto Hahn und Lise Meitner und die waren ja auch alle noch da und die haben nicht angefangen, arische Physik zu machen. Die haben gesagt, der, der Lenard und die Leute, die sind halt bekloppt und, und man hat also später, es gab dann eine, eine große Konferenz, wo man sich also mit allen zusammengesetzt hat und wo man am Schluss gesagt hat, nee, also wir müssen schon die Physik und das, was man experimentell messen kann, wir müssen das ernst nehmen und diese, diese arische Physik ist Blödsinn, aber das hat eine riesen Anstrengung gekostet und das ging bis in die, in die 40er Jahre rein, bis sich also sozusagen. Hätten die Nazis es bis zur Atombombe geschafft, hätten sie dafür ja auch diese nicht-arische Physik verwendet. Genau, die Atombombe spätestens hätte mit der arischen Physik nicht funktioniert, ja. Aber es gibt auch sie trotzdem gezündet, aber. Also es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass zumindest eine gewisse Unterstützung aus der Partei auch da war, weil man sozusagen gesehen hat mit Otto Hahn und der Kernspaltung, da sind ganz spannende Dinge, die möglicherweise auch irgendwann waffentechnisch interessant werden könnten, die einem die arischen Physiker nicht liefern können. Also das, aber das ist eine Spekulation. Wir hätten weiter mit Äpfeln geworfen von Bäumen. Wenn, so ungefähr, ja. also wenn diese spektakulären Potenziale der modernen Physik nicht da gewesen wären, sondern wenn es einfach nur ums Rechthaben gegangen wäre, ist die Frage, ob sich nicht in Deutschland die deutsche, arische Physik irgendwie zumindest noch bis Kriegsende erstmal durchgesetzt hätte. Und wir haben ja das Problem, deswegen haben wir das ja bei uns in unserem schönen Land auch so vertrieben, dass man das Gleiche im Bereich der Medizin auch machen wollte. Also die jüdische Schulmedizin wollte man ja nicht haben, also man musste einen Gegenentwurf haben und deswegen hat man dann Flutz mal so ein paar homöopathische Studien gefälscht und die versauen uns bis heute irgendwie ein Stück weit das Gesundheitssystem, weil man wollte, dass das auch funktioniert und als Gegenentwurf für eine jüdische, wie man sie ja empfand, Medizin gelten sollte. Es musste viel mehr naturverbunden sein, eine germanische, arische Medizin sein. Keine Impfungen. Keine Impfungen, weil man impft ja nur Schwache. Ja, der Aria ist ja nicht schwach, der muss ja nicht geimpft werden. Und die Juden wollen mit Impfungen nur Geld verdienen. Genau. Und Schulmedizin kommt aus dieser Zeit, oder? Der Begriff ist ein Kampfbegriff. Der Begriff Schulmedizin ist noch älter, der stammt von den Homöopathen eigentlich, aber so von den so 1870 rum ist der Begriff Schulmedizin meines Wissens das erste Mal nachweisbar. Also nicht bei Hahnemann selbst, aber bei den frühen Homöopathen. Aber der ist natürlich im Dritten Reich ganz massiv benutzt worden und häufig oder meistens im Dritten Reich halt mit der Zusammenziehung jüdische Schulmedizin. Ich finde das ja besonders spannend, dass das so lange gehalten hat, dass das tatsächlich in den 40er Jahren noch ein Thema war, diese Sache mit der deutschen Physik gegen die jüdische Physik. Ja, ich glaube, in den 40er Jahren war es aber nur noch die Reste dann. Ich meine, das war so 38, 39, diese... Ja, schlimm genug, aber die Schrödinger Gleichung, die ist aus dem Jahr 1926 und spätestens mit der Veröffentlichung der Schrödinger Gleichung hätte man etwa verstehen können, dass die Quantentheorie jetzt nicht irgendwie so eine komische, wackelige Fantasie ist. Das sagst du, weil Schrödinger Österreicher war. Natürlich sage ich das, weil Schrödinger Österreicher war. Okay, Herr, der Schrödinger, der Herr Geheimrat Schrödinger, na bitte. Aber zu diesem Zeitpunkt waren sowohl Relativitätstheorie als auch Quantentheorie natürlich schon überprüfte Theorien, die sich bewährt hatten. Also zu diesem Zeitpunkt noch zu sagen, das ist irgendwie politisch nicht opportun, das braucht schon ein großes Maß an Dickköpfigkeit. Ja gut, das hatten die Nazis ja. Das hatten sie ja. Florian, was wäre denn dein nächstes Beispiel, also so ein bisschen noch aus der Historie an Schwurbelprofessor? Schwurbelprofessor, ja, ich habe gerade gedacht, als Holm gesprochen hat, so über historisch weiter zurückliegende Dinge an den Herrn René Blondelot, der hat nämlich die N-Strahlen erfunden. Ich weiß nicht, haben wir die schon mal diskutiert? Also wie im Nordpol, N-Strahlen? Wie im Nordpol, genau. Das war auch so, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts. War Willkommik, oder? Hydra oder so. Die X-Rays, die Röntgenstrahlen gab es damals schon und das war damals alles sehr in. Strahlen waren toll. Alle waren begeistert von Strahlen zu dieser Zeit. Strahlen waren super und jetzt gab es eben diese X-Rays-Journals, hat der, ein großer französischer Physiker eben, Blondelot, beschlossen, auch die N-Strahlen zu finden, benannt nach seiner Heimatstadt Nancy und hat da so einen Versuchsaufbau gemacht und hat bemerkt, dass ein Platin-Draht, wenn man ihn zum Glühen bringt, da irgendwelche Strahlen emittiert und die kann man dann, so wie man Licht durch ein Glasprisma schicken kann und dann aufspalten kann, hat er behauptet, kann man das durch Aluminium schicken und dann aufspalten und hat das vermessen und hat die Zahlen publiziert und alles war schön und in Deutschland hat dann der Kaiser gesagt, Freunde, die Franzosen haben da neue Strahlen erfunden, das geht doch nicht. Ich meine, das müssen wir Deutsche doch auch können und hat seinen Physikern gesagt, mach das mal. Er findet auch mal Strahlen jetzt oder was? Nein, er findet diese N-Strahlen, die die Franzosen haben. Achso, wir wollen auch die N-Strahlen, die die Franzosen haben. Richtig, genau und es hat nicht geklappt und das war natürlich eine Schmach für die deutsche Physik, die finden diese N-Strahlen nicht, die die Franzosen da haben und dann gab es allerdings auch Leute, die angezweifelt haben, dass es diese N-Strahlen überhaupt gibt und dann musste schließlich ein Schiedsrichter aus den USA geholt werden, der ging dann zu Herrn Blondeloh ins Labor und hat sich das nochmal zeigen lassen und erklären lassen und Labor, das ist natürlich alles kompliziert, da wird dann abgedunkelt und dann muss man diese ganz, ganz schwach sichtbaren Streifen an der Wand vermessen und Blondeloh hat das gemacht und der Physiker aus den USA hat dann gemeint, na Moment, ich sehe hier nichts, da ist nichts und Blondeloh hat dann ausgerechnet gesagt, ja okay, es ist nicht geübt, ich sehe es ja hier, ich kann das abmessen und es kommen dieselben Zahlen raus, wie immer, wie ich schon vorher publiziert hatte und hat das nochmal vermessen und es kamen eben wieder dieselben Ergebnisse heraus und daraufhin und daraufhin hat dann der, ja das Name ich jetzt vergessen habe, der Amerikaner hat dann gesagt, ja nur Herr Blondeloh, dieses Aluminium Prisma, das Herzstück Ihres Geräts, das habe ich hier rausgenommen, während Sie nicht hergesehen hatten. Nein, also der Herr Blondeloh hat da jetzt Streifen gesehen an der Wand, die rein logisch einfach nicht da sein konnten, weil das Herzstück des Geräts von seinem Kollegen aus der Maschine genommen hat. Das war auch gemein. War da jemand dabei? Ja, ja, der hat das dann aufgeschrieben, es wurde publiziert, damit war die Sache mit den Endstrahlen dann auch beendet und es war eine große Keinlichkeit. Ich war nicht dabei, aber ich habe so ein Fremdschamgefühl gerade für den Herrn Blondeloh. Ja, aber man sieht daran auch, das war kein schlechter Physiker, das war kein Dummkopf, also eigentlich ist ein schlechtes Beispiel für einen Schwurbler, weil der hat das ernsthaft geglaubt, dass es das gibt hat sich einfach nur selbst betrogen dabei und man kann sich das schon vorstellen. Nein, ich bin ziemlich überzeugt davon und wenn man selber vielleicht mal in einem Laserlabor gestanden ist und versucht hat, da irgendwelche Interferenzen zusammenzubekommen. Ein Laserlabor? Eine Bibliothek? Ja, und weiß, wie mühsam das ist, wenn man dann irgendwie da versucht, irgendwelche Laserstrahlen zu überlagern, dann kann man sich auch vorstellen, dass sich damals Anfang des 20. Jahrhunderts die Leute einiges eingeredet haben, was in Wirklichkeit gar nicht da war. Und mit den neuen Strahlen, das war ja jetzt nicht so abwegig, aber das war die Zeit, als die Röntgenstrahlen entdeckt wurden und die Radioaktivität entdeckt wurde und sowas. Ah, hier schreibt gerade DJ Mr. G, ernsthaft geglaubt und selbstbetrogen, das ist doch Schwurbel. Und Rave Neu schreibt, glauben die Schwurbler nicht immer an ihr Zeug? Nein, an dieser Stelle nicht alle. Ja, zum Teil, relativ viele würde ich sagen schon. Aber nicht unbedingt, das ist keine Voraussetzung. Aber die Frage ist halt wirklich, der hat ja nicht, der hat ja nicht komplett unwissenschaftlich gearbeitet. Ja. Also der, und der ist ja auch nicht wie jetzt ein Lenard sozusagen von der Ideologie ausgehend gekommen und hat jetzt gesagt, das kann nicht sein, das hat ein Jude geschrieben. Mein Gott. Sondern der, der hat einfach nur sein Experiment halt gemacht und ich sag mal, der hätte sich zu dem entwickeln können, was ich als Schwurbelprofessor bezeichnen würde, wenn jetzt zu dem Zeitpunkt die anderen seriösen Wissenschaftler gesagt hätten, nee, das kann nicht sein, das stimmt nicht und der dann zu irgendwelchen ESO-Konferenzen gegangen wäre und da Vorträge gehalten hätte und dann die ganzen Esoteriker gesagt hätten, die N-Strahlen, wir heilen jetzt mit N-Strahlen. Aber das ist genau das Entscheidende. Das wäre ein Schwurbelprof gewesen. Wenn man dann widerlegt wird, dann muss man zugeben, widerlegt worden zu sein. Das ist vielleicht, das ist vielleicht der ganz entscheidende Punkt. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass er dann noch Widerstand geleistet hätte. Ob er sich jetzt öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, das war Unfug, weiß ich nicht, aber er hat es zumindest dann nicht mehr versucht, weiter zu pushen. Das genügt mir persönlich. Der Rest seines Lebens damit verbracht die M-Strahlen. Dann mache ich einfach weiter im Alphabet. Nee, ich gehe eins zurück. Und ich meine, dann haben wir ja so Leute wie diesen, ich vergesse immer, wie er heißt, der Typ, der diese gefälschte Studie rausgebracht hat. Wakefield. Genau, Wakefield. Das ist ein schönes Geräusch. Kann ich das als SMS-Ton haben? Nein, Professor. Genau, der Typ. Ja, Wakefield war kein Professor. Ah, der war kein Professor. Den haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet. Nee, dann kann der... Der war halt ein Arzt, der sich hat kaufen lassen von Leuten, die gegen Impfhersteller klagen wollten und hat dann eine gefälschte Studie angefangen. eine ideologisch getönte, gefälschte Studie veröffentlicht, weil man das so haben wollte. Das war dann so ähnlich wie das, was Rollstuhl beschrieben hat. Impfen und Autismus, ne? Ja, genau. Impfen und Autismus, aber er ist kein Professor. Er war oder ist Arzt und er ist seitdem damit beschäftigt, seinen guten Ruf wiederherzustellen, indem er weiterhin behauptet, dass das, was er damals bei der gekauften Studie rausgefunden hat, in Anführungsstrichen, stimmen würde. Lass uns nicht bickig sein, er ist immer noch Arzt, aber er hat seine Berufserlaubnis verloren. Also der Arzt ist ja, aber er darf nicht mehr praktizieren. Und die Studie wurde offiziell zurückgezogen, das hört man vielleicht auch noch erwähnen. Das ist ein Schritt, der nicht unbedingt häufig passiert. Das ist schon etwas sehr Drastisches. Ja. Und das heißt dann auch immer, dass man, wenn man diese Studie sucht, wenn man das möchte, in so Datenbanken findet man die Studie, weil die eingetragen ist und dann gibt es aber immer einen zweiten Eintrag, wo dann retracted steht, also zurückgezogen. Und wenn man das findet, dann muss man aufhören, überhaupt noch die Studie lesen zu wollen. Das passiert gelegentlich mal und dann weiß man, da ist einfach was schiefgelaufen. Das ist echt schlimm. Peer Review nicht funktioniert in dem Fall, weil aber die Studie auch so gefälscht war. Da hat sich jemand darauf eingestellt, dass andere sich das angucken. Das ist ja wirklich ein Betrug, der da stattgefunden hat. Und es hat Jahre gedauert. Das Peer Review Verfahren ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, einen Betrug aufzudecken. Genau. Moment, bei dem Peer Review Verfahren zu der Wakefield Studie, da gab es auch Betrug, weil nämlich auch teilweise die Gutachter Geld gekriegt haben. Also das war eine Räuberpistole. Hobbit der Große schreibt sehr schön und durchaus sardonisch, lass doch den armen Wakefield in Ruhe. Ich lasse mir regelmäßig durch Impfungen meinen Autismus auffrischen. So viel Humor muss man haben. Ja, jetzt Wakefield hat sich ja jetzt nicht unbedingt so mit Ruhm bekleckert. Aber er ist kein Professor. Okay, gut, entschuldigt. Aber es gibt andere Fälle. Was ich immer so spannend finde, ist, dass es selbst Nobelpreisträger gibt, die ganz, ganz massiv in diesen Schwurbelbereich abgleiten. Weil der Nobelpreis wird ja gesellschaftlich oft so gehandelt, als das absolute intellektuelle Qualitätsgütesiegel schlechthin. Und es wird ja auch in gewisser Weise gepflegt. Es gibt diese Lindauer Nobelpreisträgerkonferenzen und diese Geschichten und Mainauer Deklarationen, komischerweise mal am Bodensee, aber ja. Warum ist das komisch? Weil es da schön ist? Einfach geografisch. Naja, sie würden sich ja überall auf der Welt treffen. Nee, aber ich meine, dass diese Bodenseedeklarationen auch mit der Lindauer-Konferenz zusammen. Also da treffen sich Nobelpreisträger? Da gibt es ein Nobelpreisträger-Treffen. Die werden da eingeladen, die werden im Wesentlichen dafür bezahlt, dass sie da Vorträge halten. Nur um da eingeladen zu werden, muss man halt Nobelpreisträger sein. Aber was ist jetzt, kann man jetzt nicht unbedingt kritisieren? Naja, aber die Idee ist natürlich irgendwie schon, du lädst, also da werden Nobelpreisträger eingeladen, um sozusagen, die weiße, also die sprechen nicht nur über das, worüber sie den Nobelpreis bekommen haben, sondern über ganz allgemeine Dinge. Also da, über die Rettung der Welt und den Klimawandel und ob ich jetzt unbedingt wahnsinnig viel davon lernen kann, wenn ich von einem Nobelpreisträger für Wirtschaft oder von einem Nobelpreisträger für Physik was über den Klimawandel höre, da kann man sich dann auch drüber streiten. Und gerade bei dem Nobelpreisträger für Physik gibt es zum Beispiel den Ivar Jäver, Nobelpreis für Physik 1973, glaube ich, der also wirklich naivste Klimawandel-Leugnung verbreitet. Ja. Das ist, was, das ist halt ein Quantenphysiker, der ist in seinem, in seinem Feld sicherlich gut, aber hat von Klimaforschung einfach null Ahnung und das, was er da macht, ist wirklich, wirklich ganz naiv, das ist ganz primitiv. Das hat so das, diese Konferenzen haben dann so, die Elite der Forschung trifft sich, das ist ja das, was da vermittelt wird und die reden dann über Dinge, das habe ich heute Morgen bei Dan und Steffen gelernt, ich finde den Begriff so schön, die reden dann aber auch mal über Bauchy, Bauchy. Also die reden dann halt, jetzt kommst du auch wieder mit diesem, ich finde das aber ganz süß und das passt an der Stelle ganz gut, weil das, dann sind sie, sobald sie ihr absolutes Fachgebiet, für das sie auch den, ähm, Nobelpreis gewonnen haben, muss man sie zunächst mal wieder auch auf die Stufe von interessierten Laien setzen, weil die Forschung natürlich auch so zugespitzt ist und dann, Florian hat es schon mal gesagt, dann müssen sie aber so richtig gut ihre Hausaufgaben machen, um dann in einem anderen Gebiet auch gut zu werden und das passiert dann mitunter manchmal nicht und dann kommt so ein Quatsch raus, wie Holm ihn beschrieben hat. Mathilda da schreibt so schön, trotzdem haben WissenschaftlerInnen immer auch empirisches Arbeiten gelernt und müssten dadurch wissen, wenn sie Bullshit erzählen oder sie müssten zumindest in der Lage sein, äh, immer auch? Meint ihr nicht? Ja, prinzipiell schon, aber gerade bei den Nobelpreisträgern habe ich das Gefühl, man sollte mal echt eine empirische Studie machen. Ich habe keine Zahlen, das zu unterstützen, aber ich habe den Eindruck, dass die Schwurbelgefahr unter Nobelpreisträgern fast noch größer ist als unter dem Durchschnitt der Wissenschaftler und vielleicht liegt das daran, das ist jetzt nur, das ist jetzt keine wissenschaftliche Theorie, bitte, die ich da jetzt aufstelle, das ist jetzt nur eine bloße bauchgefühlte Vermutung. Bauchi, Bauchi. Bauchi, Bauchi, genau. Könnte es daran liegen, dass man den Nobelpreis einfach nur dann bekommt, wenn man sehr, sehr risikobereit ist und dann halt Glück hat, wenn man wagemutig ist, eine kühne These aufstellt und die halt stimmt und vielleicht ist es so, dass dieser Nobelpreisfilter gerade eben nur diese Leute durchlässt, die das Risiko lieben und dann halt vielleicht auch riskanterweise auf Theorien setzen, die esoterischer Bullshit sind. Und natürlich, es sind auch, man muss, also um überhaupt so tief in einem Feld drin zu sein, dass man eine Chance hat, den Nobelpreis zu kriegen, muss man halt auch ein ziemlicher Fachidiot sein. Das kommt noch dazu. Es ist so, also man muss dann... Wer von euch hat einen Nobelpreis? Die meisten Leute... Es gibt keine Psychologie. Die meisten Nobelpreisträger haben ihren Nobelpreis ja für Dinge bekommen, die sie mit deutlich unter 40, teilweise mit unter 30 gemacht haben. Und da musst du dich in der kurzen Zeit in der Wissenschaft so in ein Thema reingesteigert haben und du musst risikobereit gewesen sein, auf eine Außenseiter-Theorie zu setzen und dann kriegst du auf einmal von allen, die dir begegnen, erzählt, du bist der Größte und der Schlauste überhaupt. Wollte gerade sagen, das ist nämlich das, was ich auch noch sagen wollte. Was Florian beschreibt, ist so ein Aspekt, aber das Zweite ist ja tatsächlich, dass du dann ja in der Forschung gottgleich gehandelt wirst. Du wirst zu solchen Konferenzen eingeladen, ja. Bei jeder Veranstaltung, bei der du auch nur im Publikum sitzt, wird der Moderator sagen und heute auch bei uns der Nobelpreisträger, die Nobelpreisträgerin, das wird ja auch so moderiert und es gibt dann noch was Zweites, insbesondere in den Vereinigten Staaten ist das ja auch der Fall, dass Universitäten im Streit stehen, wer denn mehr Nobelpreisträger hervorgebracht haben. Das heißt, das ist auch ein Handelsgut so und wenn du das hast, dann bist du für diese Universität gerade in den Staaten, wo ja, du in Amerika ja noch viel mehr dieses Schema des Konkurrenzdrucks ist untereinander auch hast. Du bist dann ja auch das Aushängeschild, du wirst dann ja auch losgeschickt, um Werbung für deine Alma Mater zu betreiben, damit gut zahlende Eltern ihre Kinder auf diese Universität schicken. Das heißt, da bedingt sich, glaube ich, ganz viel und du verlierst so ein bisschen die Bodenhaftung. Das ist wie so ein Popstar auf einem Niveau von Madonna und Lady Gaga oder so, die dann irgendwann in so einer Bubble sich auch befinden, dass die gar nicht mehr wissen, wie die Realität aussieht. Also ich kann an der Stelle aus eigener Erfahrung sagen, nachdem ich in so einer Bubble ja mal war während RTL Samstag Nacht, also wirklich diese Art Bubble, wo das beste Beispiel ist immer, damals hatte ich wirklich so wie wie galt heute noch so ein Packen Autogrammkarten einfach dabei. Also das gab mal eine Zeit, wo das so war. Und trotzdem ist es so, dass, also es gibt viele Leute, die so sind, wie du das beschreibst. Ja, ich zum Beispiel damals. Aber es gibt eben auch Leute, die überhaupt gar nicht jemals so sind. Genau, das ist ein Erklärungsmodell. Ja, genau. Also nicht, dass alle Nobelpreisgräger abdrehen. Aber ich kann das durchaus noch. Ja, definitiv. Und dann sitzen halt so Nerds, wie Holm beschreibt, die auch wahrscheinlich sonst wenig Leute haben, die das interessant finden, was sie machen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie einen Nobelpreis gekriegt haben, gucken sie alle an. Also auch das, du wirst extrem aufgewertet. Ja, auch zu Recht. Also die Leute, die da gewählt werden, mit dem, für das sie den Nobelpreis bekommen, das sind in der Regel immer bahnbrechende Dinge, die die Menschheit, die die Forschung weit nach vorne gebracht haben. Und das ist so eine unglückliche Entwicklung. Irgendwann hast du dann das Gefühl, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen größer als alle anderen. Und wenn ich mir jetzt mal auch eine Meinung zum Klimawandel rausnehme, das wird schon, ich habe da ja drüber nachgedacht, dann wird das auch wirklich sein, dass es den nicht gibt, den Klimawandel. Alexander, du hattest gesagt, das ist ein Aushängeschild, ein Nobelpreisträger ist ein Aushängeschild für eine Universität. Wir hatten vorhin schon das CERN erwähnt. Selbst für das CERN sind seine Nobelpreisträger Aushängeschilder. Und das CERN hat große Stücke auf Carlo Rubia gehalten, der den Nobelpreis Anfang der 80er Jahre bekommen hat, für die Entdeckung der W&Z-Bosonen, wo jeder, mit dem ich gesprochen habe, der Carlo Rubia noch gekannt hatte, gesagt hat, das ist also menschlich schon ein äußerst gewöhnungsbedürftiger Charakter. Aber er war der Nobelpreisträger. Da können wir im Grunde genommen mal, das habe ich ja eh schon mal vorgeschlagen, nochmal eine Folge zur Güte von Forschung. Also wie kann ich feststellen, ob Forschung gut ist. Und vielleicht auch nochmal den Wissenschaftsbetrieb. Wir haben ja bisher immer, wie kommst du zu einer Studie, aber du hast ja auch Sorgen und Nöte nach Forschung, damit du überhaupt mal einen Job hast, der bezahlt wird, damit du forschen darfst. Da sind ja auch noch Sachzwänge, in denen du dich befindest. Und das gehört, da gehören Stars definitiv dazu und wenn die dann präsentabel sind, umso besser. Und das finde ich persönlich gar nicht verwerflich. Ich finde auch, mit meinem restjugendlich graubartigen Leichtsinn, ist irgendwie sympathisch, wenn jemand sich so ein bizarres Thema rausnimmt und den Arsch in der Hose hat und sagt, da forsche ich jetzt mal, das probieren wir jetzt mal. Und dann finde ich es irgendwie jetzt aus meiner Warte, der ich ja wirklich sowas von kein Wissenschaftler bin, auch ganz cool, wenn das dann funktioniert und der Nobelpreist dafür kriegt. Das finde ich super. Die Frage ist halt tatsächlich, wie gehst du mit den Nobelpreisträgern um? Wie werten wir das, wenn jemand einen Nobelpreis bekommen hat? Seinen Mut würde ich da bewerten. Also sein Mut und dass er, er hat auch Sicherheit in seinem Feld gute Arbeit geleistet. Mich interessiert es nur, sagen wir mal, eher peripher, wenn ein Nobelpreisträger für Physik was zu ethischen Fragen oder zu Wirtschaftsfragen sagt. Ja, verstehe. Wenn ein Nobelpreisträger für Medizin was über Physik erzählt. Dazu, zu dieser ganzen Frage, Schwurbelprofessorin, Schwurbelprofessor, ja oder nein, gehört ja auch das Wissenschaftsbild. Und zum vernünftigen Bild der Wissenschaft gehört es zum einen, dass sie nicht so großartig und abgehoben ist, wie ein Nobelpreisträger jetzt vermuten lässt. Also dass da alle, die erfolgreich sind in der Forschung, irgendwie wie die Halbgötter rumrennen und auf einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und also ein Stückchen über dem Boden schweben. Und auf der anderen Seite ist Wissenschaft auch nicht so kacke, wie die Schwurbelprofessorinnen und Schwurbelprofessoren es gerne haben, dass nämlich da eben nur Leute geschasst werden, in Grund und Boden kritisiert werden, die nicht meinungskonform sind und die nicht machen, was man ihnen sagt und so. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es gehen in der Wissenschaft auch mal Dinge schief. Eine davon haben wir beschrieben mit dieser Coldfusion, Geschichte. Sowas passiert halt, wenn Leute Fehler machen oder den Druck haben, zu publizieren und dann halt irgendwie Mist bauen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben nicht so, dass in der Wissenschaft grundsätzlich jede Woche eine andere Meinung vorherrscht, die irgendjemand vorgibt und alle rennen hinterher und müssen das dann bestätigen. So läuft es halt auch nicht. Aber ich kann mal zwei Beispiele angucken zu den Nobelpreisträgern. Ja, gut. Du erst. Die Nobelpreisträger nehmen gerade einen sehr großen Platz in dieser Diskussion ein, aber Beispiele sind immer gerne genommen. Dann fange ich an mit Cary Mullis. Der ist auch im Moment, sagen wir mal, ein bisschen wieder akut, weil wir im Moment sehr, sehr viel Das ist das Verfahren, mit dem unter anderem Coronaviren nachgewiesen werden. Also die Vervielfachung von DNA, um sie dann in nachweisbare Mengen zu bringen. Und dieses Verfahren wurde entwickelt von einem Herrn Cary Mullis, der möglicherweise schon damals, später allerdings noch sehr viel mehr, ein ausgeprägtes Drogenproblem hatte. Insbesondere eine hohe Affinität zu LSD und unter irgendwelchen psychotropen Pilzen und dazu auch öffentlich gestanden hat. Später gemeint hat er, er hätte die PCR unter LSD-Einfluss erfunden. Ich habe da ein schönes Zitat gefunden. Ohne LSD-Konsum wäre mein Verstand vermutlich gar nicht bereit gewesen für diese Erfindung. Also das, ja, ja. Okay. Und was hat er da gefunden? Der die Existenz des HIV-Virus geleugnet hat. Und deswegen berufen sich also Leute aus der Querdenker-Szene bis heute darauf, dass der Erfinder der PCR ja selbst gesagt hätte, dass man mit der PCR keine Viren nachweisen könnte. Also das ist genau dieser Erfinder der PCR. Das ist Cary Mullis. Sag noch mal kurz, was das ist. Sag noch mal kurz, was die PCR ist für alle. Also PCR ist, das könnte jetzt natürlich jetzt der Martin wesentlich besser erklären als ich, PCR ist ein Verfahren, bei dem man DNA oder RNA, die irgendein Organismus hinterlassen hat, so lange immer wieder verdoppelt, bis so viel davon da ist. Also man liest die imab, macht eine Kopie davon und von dem Original und der Kopie macht man dann wieder eine Kopie, dann hat man schon vier und dann macht man nochmal eine Kopie. So viel da ist, dass man das halbwegs vernünftig nachweisen kann mit normalen chemischen Methoden. Und der dürfte eben genau in dieses Muster gefallen sein, das ihr vorhin beschrieben habt. Der war tatsächlich ein Rockstar und hat sich auch so verhalten und hat sich auch so zelebriert. Hatte sich ein gutes Auftreten, hat offensichtlich gewirkt und es hat halt leider dazu geführt, dass er eben sich massiv selbst überschätzt hat, so wie er das vorhin beschrieben hat. Es gibt auch diese schöne Geschichte, wo Carey Mullis dann mal erzählt hat, dass er nachts einen leuchtenden Waschbären getroffen hat, der mit ihm gesprochen hat. Rocket! Der leuchtet ja nicht. Und er hat extra betont, dass das zu einem Zeitpunkt gewesen sei, an dem er nicht unter Drogen einstieg. Ja, natürlich! Nein! Der hat wirklich geleuchtet! Dann hat er ganz schnell wieder Drogen genommen, weil er das so seltsam fand, dass der Waschbär leuchtet. Wer würde das nicht tun? Ratze, der leuchtende Waschbären. Also heute leuchtenden Waschbären sehen, der mit einem spricht und morgen dann Aids-Virus leugnen. Kann man machen, sollte man aber nicht. Aber das ist ja eine Alster, ist das Ratze. Ratze, das leuchtende Waschbärchen. Das kennen wir hier alle in Haarburg. Da geht es ja eine Alster. Er erzählt auch immer ganz viel. Er erzählt ganz viel. Er sagt immer, Aids gibt es gar nicht. Ratze! Mit Ratze, das sagt, muss das ja stimmen. Das ist ja unfassbar. Hast du dir das nicht? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich sollte keine Pilze mehr essen. Wir hatten noch Pilze zum Essen heute. Stimmt. Florian, machen wir bitte weiter. Aber diese HIV-Leugnerei hat halt wirklich auch einen bitteren Hintergrund, weil genau dieser Kreis von Wissenschaftlern dann auch politischen Einfluss hatte und in Südafrika unter Tabernbeki war es halt dann tatsächlich so, dass die offizielle Aids-Politik war, die klassischen antiviralen Maßnahmen, die so schulmedizinisch empfohlen werden, die brauchen wir gar nicht. Weil wir haben ja leuchtende Waschbären und die können wir dann einfach... Genau, leuchtende Waschbären rauchen und alles wird wieder gut. Oh, kriege ich jetzt Probleme mit Tierschutzorganisationen? Ich kriege mein Waschbären angezündet. Nein, liebe Kinder, die ihr jetzt zu seht, zündet eure Waschbären nicht. Ich weiß jetzt, was morgen als Clip durch Twitter geistern wird, wenn ihr Waschbären raucht. Pixel-Pixel-Fee ausgesucht. Keine leuchtenden Waschbären. Das ist total dramatisch. HIV-Leugnen ist so schlau. Ist ekelhaft und nicht lustig. Böser Bullshit. Sorry, ich muss es einmal noch mal sagen, obwohl das total lustig ist, dieses Waschbären rauchen. Aber das ist halt ganz schlimm. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Dass ich den Spaß verdorben habe. Zack, alles. Nein, alles gut. Ja, alles gut. Jetzt mal ernsthaft schreibt jemand, wer hält Waschbären. Wir wissen nicht, ob er sie gehalten hat an der Stelle. Er hat sie nur gesehen. Er hat sie nur gesehen und vielleicht geraucht. Mehr wissen wir nicht. Nein, mit ihnen gesprochen. Ja, und was war das zweite Beispiel? War das jetzt das zweite Beispiel? Nee, Brian Josephson hatte ich noch dran gedacht. Der hat tatsächlich 1973 den Nobelpreis bekommen, zusammen mit Ivar Jäber, dem späteren Klimawandelleugner. Und über Brian Josephson weiß ich aber gar nicht so viel. Da weiß ich aber, dass Florian was über ihn weiß. Ja, auch das ist wieder ein tolles Beispiel für das, was ihr vorhin schon gesagt habt. Der war nämlich tatsächlich erst 23 Jahre alt, als er seine entscheidende Entdeckung gemacht hat. Was? Hängt ihm? Die dann zum Nobelpreis führte. Also das sieht man. Man muss sich jetzt nicht unbedingt jahrzehntelang bewährt haben, sondern es reicht manchmal eine richtig coole Idee. Er hat dann den Effekt entdeckt, der dann auch nach ihm benannt wurde, den Josephson-Effekt. Das hat mit Supraleitern zu tun und anderen Materialien. Und dann können Quantenströme da durchtunneln. Tut jetzt nichts zur Sache. Aber er hat sich dann in späteren Jahren beschäftigt mit Telekinese, mit Telepathie und Parapsychologie. Und auch da muss ich sagen, das finde ich ja jetzt noch gar nicht so schlecht. Weil überlegen wir mal, wie cool wäre es denn, wenn es hier einen Nobelpreisträger gäbe, der sagt, okay, in der Physik habe ich eigentlich nichts mehr zu gewinnen, denn einen Nobelpreis habe ich schon. Jetzt schaue ich mir mal diese Parapsychologie an und angenommen, der wäre dann nach fünf Jahren ordentlicher, guter, sauberer Forschung draufgekommen, Telekinese und Telepathie gibt es nicht. Wäre doch super. Wäre doch toll. Dann hätte man da jetzt eine schöne Studie vielleicht und könnte darauf verweisen und es wäre gut. Wenn er natürlich noch viel toller wäre es nicht. Wäre Telekinese gibt es, wäre es auch gut gewesen. Ja, wäre auch gut gewesen. Genau. Das wäre überhaupt noch besser. Das wäre der Wahnsinn. Ich kann hier diesen Waschbären levitieren. Ich kann den Waschbären levitieren und jetzt anzünden. Das wäre der Wahnsinn. Genau. Dann hätte er unbedingt noch einen zweiten Nobelpreis bekommen müssen und wir müssen heute nicht so irgendwie mit Internet arbeiten, sondern würden Wildmix einfach per Telepathie machen. Waschbär schicken. Achso, nein. Per Telepathie, ja. Und das wäre super cool. Wir würden alles auf Waschbären denken und die dann losschicken. Dieses Kopfkino klappt auch ganz ohne LSD. Ja, das ist ganz wunderbar. Aber stattdessen hat er eben irgendwie argumentiert, dass das mit Telepathie, auch wenn er keine Belege dafür gefunden hat, doch irgendwie funktioniert und wie immer hieß es dann, Schuld ist die Quantenphysik. Holm kennt das, ja. Weil irgendwie hat er dann versucht, versteckte Variablen und bohmsche Quanteninterpretationen zu verwenden für Telepathie und Telekinese. Ist natürlich nie irgendwie anerkannt worden, weil es auch nicht irgendwelche sinnvollen Ergebnisse gezeigt hat. Aber ich habe Brian Josephson nie getroffen, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die mir erklärt haben, dass es recht schwierig war, mit ihm zu sprechen. Also es dürfte wirklich ein komplizierter Charakter gewesen sein. Der Nobelpreis tut offensichtlich nicht allen Leuten gut. Stille. Naja, irgendwie ist es natürlich auf eine Art, wie so oft ein, es hat so einen leichten Frustcharakter, diese Unterhaltung mit euch. Nicht wegen euch, sondern trotz euch natürlich. Weil eigentlich ist es ja schon so, ich habe vor kurzem ein Interview gegeben, wo es darum ging, wo ich mich in einer Erklärungsnot sah, weil der Mensch, der mich interviewt hat, gesagt hat, ja sie glauben also der Wissenschaft, sie glauben an die Wissenschaft. Und ich immer versucht habe zu vermitteln, das ist nicht, ich würde das nicht als Glauben bezeichnen und außerdem korrigiert sich die Wissenschaft laufend selbst und dann kamen diese immer wieder so typische, wie soll ich das sagen, typische Argumente, wie ja, wenn man da nicht offen ist, dann kommt man ja auf nichts und all diese Dinge und ich fühlte mich da so müde und es macht mich noch ein Stück weit müder, muss ich ehrlich sagen, wenn man dann noch mitkriegt, dass es halt jetzt in dem Fall prominente Leute gibt, die wissenschaftlich arbeiten sollten, das nicht tun und einfach diesem Ansehen von diesem eigentlich so großartigen Konstrukt so furchtbar schaden und dann auch noch herhalten als Argumente für Schwurbeldeppen. Das ist so unendlich frustrierend. Ja, es geht auf keinen Waschbär. Es geht auf keinen Waschbär-Tänz, das stimmt vollkommen. Und ich glaube aber, dass es ein ganz wichtiger Lernprozess ist, was zumindest auch für mich zu erkennen, dass auch diese Halbgötter mit Nobelpreis fehlbar sind, weil natürlich ist die Meinung von jemandem, der sich gut auskennt, der in der Wissenschaft gearbeitet hat seit vielen Jahren, verlässlicher als die Meinung von meiner Tante Henriette, die davon keine Ahnung hat. Also Expertenmeinungen sind schon etwas, auf das man Wert legen sollte, aber es gibt auch großartige, weltweit führende Experten, die Blödsinn reden. Und das Verlässliche an der Wissenschaft ist eben nie die Meinung einer Einzelperson, sondern immer nur der Konsens. Und das kann man gar nicht oft... Das ist hilfreich. Das schreibt doch gerade Halbjurist, ich kenne die Situation im Privaten, habt ihr keine Tipps, das wäre so hilfreich. Das könnte man tatsächlich mal auf einem Waschbären tätowieren, was du gerade gesagt hast. Das ist gar nicht schlecht, dass man sagt, es ist eigentlich nicht die Einzelmeinung, sondern was ist Konsens. Das ist hilfreich. Und jeder, der den Nobelpreis auch bekommen hat, das ist ja auch so etwas, was vielleicht das so verwischt, hat den ja bekommen, weil die Wissenschafts-Community insgesamt in den darauffolgenden Jahren gesagt hat, ja, was der mit 23 da entdeckt hat oder erforscht hat oder belegt hat oder was auch immer, das haben wir uns jetzt so oft angeguckt und damit können wir prima arbeiten und damit neue Erkenntnisse gewinnen. Das ist es wert, weil der Wissenszuwachs, also ein schönes Zitat von meinem Chef, was ich immer gerne zitiere, das Wissenschaft ist das, was Wissenschaft. Ja, da hat also jemand Wissen geschaffen, was man wirklich gut gebrauchen kann in der Wissenschaft und dafür kriegt man dann ja irgendwann den Nobelpreis. Sonst würde man denen ja sofort eine Studie veröffentlicht, ja, dann zack, Nobelpreis, super, aber nein, hier wird ja auch lange sich angeschaut, was ist denn das im Long Run, was hat denn das gebracht, wie toll ist das und dann ist es ja eine Konsensmeinung, dann hat zwar einer, der das als erster angestoßen hat, der den Mut gehabt hat, wie Florian gesagt hat, das finde ich sehr schön, der wird dafür dann auch prämiert, weil man gesagt hat, du hast es angestoßen, aber dann gibt es eben einen ganzen Berg Leute dahinter, die gesagt haben, das stimmt auch und damit kann ich jetzt super arbeiten und ich kann neue Erkenntnisse gewinnen und dafür gibt es ja den Nobelpreis, nicht für eine einzige bahnbrechende Studie, die dann niemand mehr gemacht hat, sondern die Community stützt das dann. Man sollte, also wenn man gucken will, wer ist denn eher ein Schwurbelprofessor, wer nicht, sollte man vielleicht auch so nach so Geschichten Ausschau halten, wie die Wissenschaftsgemeinschaft will nicht, dass ich recht habe und will mein Wissen unterdrücken. Ja, stimmt. Die Wissenschaftsgemeinschaft will selber gar nicht wirklich neue Dinge entdecken, sondern immer nur, dass alles beim Alten bleibt und wirkliche Innovationen wollen die gar nicht, weil das nämlich immer zum Rechtfertigungsmythos von Schwurbelprofessoren gehört, die ja irgendwie erklären müssen, warum sie nicht mehr in der normalen, also im normalen Wissenschaftsbetrieb arbeiten und von ihrer Uni gefeuert wurden oder so und jetzt allein in ihrer Garage weitermachen müssen. Ja, oder dann an Angela Merkel einen Brief schreiben, anstatt eine Studie zu organisieren. Machen. Und letzte Podcast-Folge von Huxia, deswegen schießt es mir gerade durch den Kopf, da haben wir uns mit dem Yeti beschäftigt, mit einer großen angelegten DNA-Studie, wo dann irgendwann eine Veterinäre... Der Schneemensch Yeti. Yeti, genau. Da hat es eine große Studie 2013 gegeben, da ging es dann ein bisschen mehr Richtung Bigfoot und Sasquatch, aber das wurde dann auch mit dem Yeti subsummiert, wo eine Tierärztin dann gesagt hat, wir haben eine DNA-Analyse gemacht und wir haben jetzt den Beweis dafür, dass es so ein Mischwesen gibt und hier sind die eindeutigen genetischen Hinweise dafür und das haben wir wissenschaftlich veröffentlicht, aber die Wissenschafts-Community möchte das nicht und die akzeptieren unser Ergebnis nicht. Und was war da passiert? Die haben das tatsächlich auch wissenschaftlich publiziert, dann muss man aber sich dann auch wieder die Mühe machen, zu gucken, wo... Sie haben es publiziert. Sie haben es publiziert. Sie haben es publiziert. Sie haben es publiziert und der Red Flag war, die renommierte Wissenschaft möchte das nicht anerkennen. Ja, deswegen müssen wir Kryptozoologen uns mit diesem Thema beschäftigen, da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Und das wurde dann in einem Journal veröffentlicht, was DeNovo Scientific Journal hieß und das gab es bis wenige Wochen vor dieser Publikation gar nicht. Und in diesem DeNovo Journal ist genau eine Studie zu dem Zeit publiziert worden, nämlich diese Bigfoot-Yeti-Studie. Und dieses Journal gehörte ganz zufällig dann auch rechtemäßig gesehen der Tierärztin, die diese Studie veröffentlicht hat. Nein, die hat sich ein eigenes... Da hättest du auch in ein Yps-Heft rausbringen können. Und hat dann aber jedem, der diese Studie überhaupt mal lesen wollte aus der Wissenschafts-Community, 30 Dollar gezockt, damit du überhaupt mal das Paper lesen durftest. Also das heißt... Nein! Und dann stellt sich jemand hin und sagt, ich habe den Bigfoot und Yeti bewiesen, aber die renommierte Wissenschaft will das nicht anerkennen. Und das wird ja bis heute zitiert. Dann immer wird gesagt, aber hier gibt es doch eine wissenschaftliche Studie. Ihr habt doch immer gesagt DNA. Groß angelegte DNA-Studie. Und was dann damals passiert ist, 2013, ist, dass dann die DNA-Wissenschaftler, die Genetiker, die Biologen, die Zoologen sich das angeschaut haben. Und das Peer Review hat dann auf Twitter stattgefunden. Weil dann haben alle darüber getwittert und haben sich lustig gemacht. Guck mal, und hier haben sie auch noch ein bisschen Schaf-DNA gefunden. Dann ist da also Mensch und Affe und Schaf drin. Und Waschbär? Ja, Alexander Waschbär. Das Thema hatten wir schon mal. Der Nachgang zu dieser Studie, also die Studien, die danach gemacht wurden, haben wahnsinnig viel zur Erforschung des Himalaya-Bären beigetragen. Genau, das war nämlich der, ja. So, würde Herr Pastewka sagen. Wenn man überall die Yeti-Haare untersucht hat und festgestellt hat, welche Bärenarten das sind und wo die überall vorkommen. Und da gab es dann auch Mischformen. Und das war dann auch ungewöhnlich natürlich. Da haben viele Leute gesagt, ist Bären im Himalaya? Das wusste ich ja gar nicht. Ach, gucke mal, da könnten vielleicht die Yeti-Sichtungen herkommen. Nein, das ist nicht so. Aber ja, das ist so ein klassisches Beispiel, worauf man achten kann, wenn man so Schwurbelprofessoren reden hört. Also immer, wenn jemand sagt, die Wissenschaft unterdrückt mein Wissen. Da kann man dann eigentlich schon aufhören zuzuhören, oder? Da kann man sagen, stopp und danke. Nächster. Vorspulen. Ja. Bitte nächstes YouTube-Video auf der YouTube. Den gucke ich mir jetzt mal nicht mehr an. Stimmt. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das finde ich, das ist ein super Tipp. Ist auch schön einfach. Wenn er sagt, meine Meinung wird unterdrückt, man darf ja hier nicht mal, dann, okay. Na, das ist wirklich einfach weich. Das ist schon der Extremfall, würde ich sagen. Weil wissenschaftliche Erfolge sind ja eigentlich immer etwas Revolutionäres. Natürlich kann man als Wissenschaftler brav weitermachen, so Minischritt für Minischritt. Dann wird man vielleicht eine wissenschaftliche Karriere haben, aber man bekommt sicher keinen Nobelpreis. Also die wirklich großen Erfolge in der Wissenschaft gibt es ja nur für irgendwas Umstürzendes. Und dann zu behaupten, dass Umstürzendes von der Wissenschaft grundsätzlich bekämpft wird, nein, das lässt sich einfach nicht argumentieren. Die Leute mit Einstein widerlegen wollen. Immer die sagen, ich habe Einstein widerlegen. Da sagt dann die Gesellschaftskommission, du kannst Einstein nicht widerlegen, du kannst ihn im Zweifelsfall erweitern, aber du kannst ihn einfach nicht widerlegen, weil es ist einfach so gut nachgewiesen und repliziert, das geht halt nicht. Da kannst du auch direkt die nächste Studie antreten. Mini Katana schreibt, erstens, wir sollen mal das Schlagwort oder den Schlaggriff Wissenschaft ist Falsifikation erklären. Wichtig finde ich aber auch Kering4, der schreibt, Raccoon, was auf Englisch Waschbär heißt, ist nicht nur ein Anagramm von Corona. Denk mal drüber nach. Das stimmt sogar. Es gibt keine Zufälle. Racco, ich glaube es stimmt, er trägt auch eine Maske, er wäscht sich die Hände, hält Abstand zum Menschen und hält sich an der frischen Luft auf. Er geht aber auch an den Anagramm. Malis wusste es von Anfang an, aber warum er leuchtet, das kannst du mir nicht erklären. Es ist auch was, er leuchtet. Der erleuchtete Waschbär. Ich habe die ganze Zeit einfach Raccoon aus dem Marvel-Universum noch mit so einer dicken Wumme. Ja, natürlich. Mit so einer dicken Wumme. Mit so Impfnadeln drin. Also, Wissenschaft ist Falsifikation. Ist das ein Blick? Das muss der eigener machen, der hat sowas mit Wissenschaftsphilosophie auch gerade ein Buch geschrieben. Das stimmt. Boah, das wird wieder langweilig jetzt. Furchtbar. Darüber gibt es, wer von euch war das jetzt eben? Was? Alle Florian. Das muss der Waschbär gewesen sein. Das war nur in deinem Kopf, das hat niemand gesagt. Lieber Florian, ich habe dein Buch, wir haben dein Buch gekauft und wir lieben es. Hast du es zufällig da? Es geht nicht. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl. Und da geht es, wie gesagt, immer auch um Wissenschaftstheorie und Karl Popper mit seinem Falsifikationsprinzip kommt dort vor. Und der Gedanke ist eigentlich ganz einfach, nämlich, letztgültig beweisen kann man ja eigentlich nur in der Mathematik etwas und in der Wissenschaft nicht so wirklich, weil auch wenn ich jahrzehntelang Raben beobachte und feststelle, die sind alle schwarz, ist das noch immer kein vollständiger Beweis, dass alle Raben schwarz sind. Also ich kann immer sicherer werden, meine Sicherheit immer erhöhen, aber 100 Prozent erreiche ich mich in der Wissenschaft. Und deswegen hat Karl Popper eben gesagt, drehen wir das um. Viel interessanter ist doch, wie kann man Wissenschaften oder wissenschaftliche Theorien falsifizieren. Das heißt, wenn ich eine Theorie aufstelle, dann muss ich immer sagen, unter welchen Umständen ich sie für widerlegt erklären würde. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Gravitation wird verursacht durch Waschbärenpups durch Waschbärenpups aus der vierten Generation, vierten Dimension der Raumzeitkrümmung, dann ist es keine wissenschaftliche Theorie, weil ich nicht gesagt habe, was das überhaupt bedeuten soll, wie man das messen kann, welche Auswirkungen das haben soll. Das ist jetzt nur so ein Gelaber. Wenn ich aber, wie Albert Einstein das gemacht hat, sage, es gibt eine vierdimensionale Raumzeit und die kann gekrümmt werden und das hat zur Folge, dass zum Beispiel Lichtstrahlen von entfernten Sternen, wenn sie knapp an der Sonne vorbeigehen, abgelenkt werden und das kann man messen, ist das was anderes. Denn wenn man sich dann herausstellt, die Messung geht nicht so aus, wie Einstein das vorhergesagt hat, dann ist seine These widerlegt. Und das macht diese These zu etwas Wissenschaftlichem. Die Tatsache, dass man es prinzipiell widerlegen kann, also falsifizieren kann, bedeutet erst, dass es überhaupt wissenschaftlichen Anspruch erheben kann. Das ist die Falsifikation. Ich würde da gerne noch was anmerken dazu, weil wir gerade in letzter Zeit wieder über den Begriff Verschwörungstheorien diskutiert haben und da ist mein persönlicher Ansatz, du kannst auch Dinge falsifizieren, die keine vernünftige Theorie sind. Also Verschwörungsnarrative lassen sich wunderbar widerlegen, das macht sie aber noch nicht zu einer wissenschaftlich überprüfbaren Theorie aus meiner Warte, vor allen Dingen deswegen, weil du sie, ich weiß, ich sehe deinen Kopfschütteln heute. Ich habe es auch gesehen. Ja, genau. Alle gesehen. Vor allen Dingen, weil du sie in dem Augenblick, wo du sie falsifizierst, dennoch nicht so weit widerlegt hast, dass derjenige, der daran hängt, sie nicht mehr glaubt. Jetzt nix der Rollen wieder. Da ist der Hünder wieder zufrieden, die Welt ist wieder gut. Das wusste ich, genau, deswegen nochmal, der Hinweis aus meiner Wahrnehmung heraus und aus meiner Erfahrung heraus mit dem Begriff ist Verschwörungsmythos immer noch geeigneter, weil du jemandem wunderbar erklären kannst, warum die Twin Towers doch nicht sozusagen gesprengt wurden. Das wird aber nicht dafür sorgen, dass der Verschwörungsgläubige in dem Augenblick sagt, ja okay, jetzt hast du mich überzeugt, sondern der wird dann sagen, ja aber, ich habe da fünf Architekten gefunden, die was anderes sagen. Was aber sehr schön ist im Diskurs mit Menschen, die an Verschwörungsideologien glauben, das mache ich mal sehr gerne, wenn ich also auf jemanden treffe, wo ich denke, boah, hardcore, da kommst du ja gar nicht mehr dagegen an und dann sagt der immer, sag mir doch mal, warum das, 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 das ist. Dann gibt er dir ja zehn Aufgaben, die du zu erfüllen hast. Dann sage ich häufig als Gegenarbeit, machen wir es doch mal anders. Was müsste denn passieren, dass du von deiner These abrückst? Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Florian beschreibt, mach es mal so konkret, was muss passieren, damit du aufhörst, daran zu glauben, dass der, die Türen daraus gesprengt wurden. Und dann sieht man an der Art der Antwort, ob da jemand überhaupt noch gewillt ist, sich selber falsifizieren zu lassen. Da macht Falsifikation wieder super Sinn. Und wenn der sagt, ja da muss ich in das CIA Hauptquartier gehen und die versteckten Akten einsehen dürfen, in denen drin steht, nein, George W. Bush hat nicht angeordnet, dass die Türme gesprengt werden. Nur dann glaube ich es, dann weißt du, okay, das kann ich dir leider nicht liefern, den Beweis, weil den gibt es halt natürlich in der Form nicht. Dann brauchst du auch nicht mehr weiter diskutieren. Dann nützt es gar nichts darüber zu diskutieren, ob Kerosin Stahl schmelzen kann. Habt ihr Daniel Hoxiller-Folge dazu gemacht eigentlich? Noch nicht, müssen wir einmal machen. Das wäre wirklich sinnvoll, weil ich immer wieder auf Leute treffe, die ich wirklich für vernünftig halten würde, die dann so ganz nebenbei nur sagen, ja, nee, nee, das ist ja die Verschwörungstheorie, die hat sich ja herausgestellt. Oder ein Ferngespräch. Oder ein Ferngespräch. Oder ein Ferngespräch. Wollen wir da einfach mal, schreibst du es auf die Liste? Lass uns das machen. Ich schreibe das mal auf die Liste. Weil es ist so nervig, diese dämlichen Gutachten von irgendwelchen Leuten, die wissen, wann Stahl schmilzt, wenn es wie, oh Gott, das nervt mich so. Ja, das ist ja auch richtig, Kerosin kann Stahl, also die Verbrennungstemperatur von Kerosin bringt Stahl nicht zum Schmelzen. Muss es aber auch gar nicht. Ich kann nicht anbeißen, dass ich dieses Beispiel gewählt habe. Ja, es ist jetzt wirklich, nein, also wirklich, ich habe, glaube ich, mal zwei Stunden meines Lebens verschwendet bei irgendeinem Gig, wo wir, da haben wir mit der Band gespielt und hatten zwischendurch immer so lange Pausen, weil das eine Hochzeit war. Und da saß ich am Tisch bei jemandem, der mir ein Ohr dazu abgekaut hat, der dann auch dann noch auf dem Handy dann noch so ein Video gegoogelt hat, wo er gesagt hat, guck mal hier, das kann gar nicht sein, weil irgendwie das Loch im Pentagon, das ist ja nur so, das ist ja gar nicht auf dem Flugzeug. Und dann habe ich wirklich, habe ich gesagt, ja, aber was ist, wenn das jetzt so reingeflogen ist? Er hat gesagt, nee, ist es aber nicht. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, du warst, achso, du warst ja, du warst ja dabei, Entschuldigung. Gibt es ein sehr schönes YouTube-Video, wenn man das weiß, das kann man dann zeigen, wie man sieht, wie ein Kampfjet von der Betonmauer fliegt, wo man dann einfach fliegt. Was davon übrig bleibt? Gar nichts mehr, weil es wird einfach komplett pulverisiert und was ist das für ein Video, da hat man mal getestet, wie man Atomkraftwerke bauen müsste, damit die sowas verstehen können. Ich erinnere mich sogar an die Diskussion. Und so ein Flugzeug generell ist erstmal sehr viel umbaute Luft tatsächlich und wenn das auf so eine sehr, sehr stabile Mauer trifft, dann löst sich das einfach in seine Bestentheit. Da kenne ich so ein Buch, da steht sowas drin. Ja, genau. Nicht nur der Bernd hat so alle Bücher. Aber Entschuldigung, Bernd schreibt gelegentlich. Genau, das war jetzt sehr, sehr kurz. Ja, ja, also wir, das ist Verschwörungsmythen, warum wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden von einem gewissen Herrn Hümmler. Ja, cooler Typ. Und um auch eine gewisse Frau Beneke zu zitieren, da steht hier sogar mit einer Signatur von Holm Hümmler bei uns im Regal. Genau, und Bernd Harder hat es geschrieben. Daniel Federkiel Nein! Nein! Daniel Federkiel schreibt gerade, ich wiederhole, Hoxzilla Folge 16 Verschwörungstheorien zu 9-11. Ja, wir haben dazu eine Folge gemacht, die möchte ich aber nicht zitieren, weil das aus der ganz frühen Anfangszeit ist und die ist nicht wirklich gut. Also das ist tatsächlich... Sie ist auch nicht so, dass wir da jetzt... Sie ist auch nicht schlecht, aber wir würden das heute anders machen. Das, was wir vor zehneinhalb Jahren gemacht haben, müssten wir eigentlich nochmal neu aufnehmen. Das können wir mal machen. Wir halten fest, Hoxzilla versucht hier die Verschwörungstheorie zu verbreiten. Sie hätten nie etwas gemacht über 9-11-Verschwörungstheorien. Das stimmt. Genau. Wir haben auch nie eine Folge auf Englisch gemacht. Doch, das haben wir gesagt. Wir hatten nie eine Folge auf Englisch gegeben. Aber seht ihr mal, da macht ihr doch genau das, was so großartig ist, was ich so wunderbar finde an der Wissenschaft. Ihr ordnet das ein, was ihr früher gemacht habt. Sagt, das ist mittlerweile überholt. Ich finde, das ist das Großartige. Und wenn das ein Wissenschaftler nicht macht, sondern weiterhin darauf beharrt, obwohl er widerlegt ist, obwohl es neue Erkenntnisse gibt, dann hat er wohl eher ein Ego-Problem als das Problem, dass er sich nur dann irgendwie Präsenz verschaffen kann, wenn er Angela Merkel einen Brief schreibt. Wenn man das tatsächlich wissen möchte, ganz kurz noch, weil die Hoxzilla-Folge würde ich jetzt eben nicht als beste Quelle empfehlen, es gibt die NIST-Studie, die NIST-Studie. Und da gibt es eine Internetseite, wenn man das sucht, NIST, das ist sozusagen der offizielle Untersuchungsbericht. Und da wird wirklich ganz, ganz viel erklärt, warum das alles ist, warum das auch so ungewöhnlich ist. Und wenn das interessiert, der sucht einfach nach dem Stichwort NIST-Report 9-11. Wobei man dazu sagen muss, die NIST-Reports zu 9-11 zusammengefasst, machen so ungefähr 10.000 Seiten aus. Also man sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Aber es gibt auch Seiten, die das sehr gut zusammenfassen. Wir machen eine Folge dazu. Jawohl, Chef. Dann darf man einfach sich rausmachen. Gibt es noch irgendeinen Schwurbelprofessor, der vielleicht eine ganz andere Art von... Warte, ganz kurz. Ich habe einen Auftrag, den will ich auch gerne noch erfüllen. Ich mache es ganz kurz. Ah, nee, das musst du auch gar nicht kurz machen. Das ist wichtig. Lydia hat das mich gebeten, zu erwähnen. Lydia Benecke, auch wenn sie jetzt gerade nicht da ist, ist sie natürlich in unserem Herzen und im Geiste trotzdem da, mitsamt all ihren Büchern und irgendwelchen komischen Bildern von Verwandten. Und du channelst sie jetzt mal ganz kurz. Nein, ich habe... Genau, geguckt wie Lydia gerade. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Und deine Haare sehen auch schon so rot. Also, hau raus. Wir haben ja schon des Häufigeren über die Satanic Panic gesprochen und ein Ärgernis hier ist tatsächlich, dass es inzwischen eine Einrichtung gibt, nämlich die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist erstmal gut, dass es das gibt, so eine Kommission. Und ich gebe nochmal vorab den Disclaimer, ich werde an keiner Stelle sexuellen Kindesmissbrauch leugnen oder Opfer von sexuellen Kindesmissbrauch herabwürdigen oder sagen, dass sie nicht die Wahrheit erzählen. Punkt. Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es eben ja so diesen Kontext des rituellen organisierten Missbrauchs geben soll. Angeblich. Also, Satanic Panic, quasi satanisch ist nicht mehr so ganz en vogue. Man sagt jetzt also ritueller Missbrauch, der im großen Stil organisiert weltweit stattfindet und so auch in Deutschland. Und das Problem, was... Angeblich, danke. Angeblich, danke. Und mit dieser unabhängigen Kommission herrscht, die hat jetzt eine Laufzeit gehabt in einem Forschungsprojekt, nämlich die professionelle Begleitung von Menschen, die sexuelle Gewalt und Ausbeutung im Besonderen organisierte rituelle Gewalt erlebt haben, die Perspektive der Betroffenen und der Fachkolleginnen und Fachkollegen. Das ist eine Studie. Diese Studie hat eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis zum 30.06.2019. Alles nicht ungewöhnlich. Eine offiziell geförderte Studie bekommt eine eigene Webseite, wo man auch berichtet. Und hier wird natürlich sehr klar der Eindruck erweckt, es gibt so etwas wie organisierten rituellen Missbrauch. Nochmal, ich leugne nicht, dass es Missbrauch gibt in unserer Gesellschaft, aber wir reden hier von rituellem organisierten Missbrauch. In einem großen Stil. im großen Stil. Und hier gibt es dann auch einen Professor, interessanterweise, wie ich dann jetzt wieder festgestellt habe, auch aus Hamburg, aus Hamburg-Empendorf, der dieser ganzen Kommission und dieser Studie vorgestanden hat. Und die haben Studien veröffentlicht, die sagen, ja, das gibt es und da müssen wir hingucken. Und wenn man sich dann diese Studien anschaut, sieht man, dass eine der beiden Studien, wo es tatsächlich um die Opfer geht, eine Online-Befragung war, wo anonym 165 Menschen angegeben haben, dass sie Opfer von organisiertem rituellem Missbrauch geworden sind. Entschuldigung, die haben das, also die Opfer haben das gesagt einfach oder angeklickt. Die werden, ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt nicht in die Akquise reingeschaut, aber typischerweise wird es so sein, dass man eine Studie veröffentlicht, sagt, wenn sie Opfer von organisiertem rituellem Missbrauch geworden sind, melden sie sich. Und dann füllt man einen Fragebogen aus. Das haben 165 Leute gemacht, daraus werden Schlüsse gezogen. Nicht beachtend, dass es ja keine Polizeiakten zu diesem Thema gibt. Weltweit nicht. Und dass es Studien sogar in den Staaten groß angelegt vom FBI, die ja dieses Themas angenommen haben, die festgestellt haben, das findet nicht statt. Ich würde gerne kurz dazu ergänzen, dass hier der Begriff organisiert und rituell zusammengezogen wird. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil es natürlich organisiertes Verbrechen im Bereich des Kindesmissbrauchs, wir kennen alle diese Fälle von Kinder, Pornografie und so weiter, gibt, aber der rituelle Teil sozusagen, das ist das, was fragwürdig ist. Es könnte durchaus irgendwelche durchgeschnallten Leute geben, die sich ihren eigenen Ritus zusammenzimmern und danach darüber ihren Missbrauch versuchen zu verändern. Im Prinzip auch möglich, aber die Kombination sozusagen dieser großen organisierten Struktur und der rituellen Handlung, das ist eigentlich das. So, und da haben jetzt also Leute angegeben, ja, ich bin Opfer von rituellem organisierten Missbrauch und haben sich bei der Studie gemeldet. Und das hat man dann ausgewertet. Und natürlich hat man dann eine Studie, die sagt, ja, da gibt es 165 Menschen, die haben das ausgefüllt und jetzt können wir ganz klar sagen, wie Opfer von rituellem Missbrauch sind, was denen passiert ist. Entschuldige, Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber woher weiß man denn, dass das stimmt, was die sagen? Das ist genau der Punkt. Das ist das Problem an der Systematik dieser Studie, wo man sagt, das ist problematisch. Habt ihr mal mit Polizisten gesprochen? Habt ihr mit Sicherheitsbehörden gesprochen? Was sind denn das für Fälle, wenn wir 165 Menschen haben, die bei so einer Befragung mitmachen, die sich melden? Warum reagiert da keiner? Da ist ja dann auch die Antwort, häufig aus diesen Kreisen, das hat Lydia ja auch beschrieben, die Sicherheitsbehörden, die gehören ja alle dazu, die Sicherheitsbehörden. Die stützen ja diese rituellen Kindesmissbrauchringe. Da sind wir dann in so einem geschlossenen Weltbild. Und wer dann sagt, ja, jetzt übertreiben die da wieder, das sind ja alles selber Satanisten, der trägt ja auch nie farbige Kleidung, der Waschgau, das wissen wir doch, wie der drauf ist. Die bunte Mütze im Hintergrund ist ja nur Tarnung. Dann kann man sich zu dieser Studie ein Plakat anschauen. Und es ist so, dass Studienergebnisse auf Konferenzen und Tagungen, da hängt man jetzt ja nicht so eine 20-seitige Studie an die Wand, wenn man über seine Forschungsergebnisse berichten möchte. Wer dann noch nie war auf so einer Konferenz, der kennt das nicht, sondern es gibt sogenannte Posters oder Plakatsessions, wo man dann auf einem großen Poster seine wissenschaftlichen Ergebnisse präsentiert mit so ein paar Headlines. Und wenn dann Leute interessiert sind, dann kommen die an das Poster ran. Man steht dann da und dann kommt man in den Diskurs und sagt, was habt ihr denn genau gemacht in der Studie? Das klingt ja spannend, was ihr macht. Und auf einem Poster dieser Studie steht allen Ernstes der Satz drauf, als Zitat, was ich von der Gesellschaft erwarte, ist, erst einmal alles für möglich zu halten. Also nicht zu sagen, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Was? Und der Satz ist generell ja erstmal gar nicht so schlecht, da sind wir wieder bei, man muss ja auch alles mal erforschen, aber da muss natürlich rein, wenn mir aber alle sagen, dass das, was mein Forschungsgegenstand ist, nicht existiert und es groß angelegte Studien gibt, also einen Konsens in der Gesellschaft und in den Sicherheitsbehörden und auch bei Betroffenen, die sagen, das gibt es gar nicht, dann muss ich daraus nicht nochmal eine Studie machen. Und ein zweiter Teil dieser Studie, und dann höre ich auch auf, darüber zu reden, weil es mich auch ärgert und Lydia ärgert es noch viel mehr, das wissen alle und Bernd ist da ja auch sehr involviert, ist dann eine zweite Studie, wo man dann 175 Personen gefunden hat, die das ausgefüllt haben und diese 175 Personen sind Menschen, die diese betroffenen Menschen betreut haben, also Therapeuten, Krankenpfleger, was auch immer, die gesagt haben, ja, ich hatte schon mal einen, der war Opfer eines rituellen Missbrauchs und ich fülle jetzt auch mal einen Fragebogen aus, weil das ist mir auch schon untergekommen. Und auch da wird wieder nicht verifiziert, stimmt denn das überhaupt, sondern es wird ein Eindruck abgefragt. Und das ist ganz, ganz, ganz problematisch und es ist auch letztendlich natürlich für die Opfer von Missbrauch gar nicht gut, wenn man ihnen da Dinge suggeriert, die ja tatsächlich dann so nicht stattgefunden haben und ich habe ja lange Zeit da auch immer ein wenig drüber geschmunzelt und Lydia nennt ja gerne Frau Huber und sagt, die ist immer ganz schlimm und ich habe mir in letzter Zeit mal wirklich auch ein paar längere Videos von Frau Huber angeschaut. Schaut euch mal ein Video von Frau Huber an, wenn sie über dieses Thema spricht und so möchte ich nicht, das ist aber auch so ein persönlicher Eindruck, das ist jemand, der auch sagt, alle sind gegen mich, ich habe die Weisheit und meine Meinung wird unterdrückt und da geht sofort wieder diese rote Warnampel los und wenn so jemand jetzt auch noch beginnt, in Teilen über die Corona-Pandemie dann auch noch seine Meinung wieder zu äußern, dann merkt man schon, da ist was in der Schieflage und wir müssen gesellschaftlich uns dringend um das Thema Missbrauch von Kindern kümmern, auch organisierten Missbrauch, Kindeshandel, Kinderprostitutionen, alles was es da gibt, das sind ganz ganz brennende Themen. Aber nicht ritueller organisierter Missbrauch. Bitte unter den richtigen Vorzeichen das Thema behandeln. Claudia E. Huber, die nur zufällig Huber heißt, schreibt, zur Satanic Panic habe ich eine Veröffentlichung in der Fachzeitschrift gesehen, die unterstützen die Satanic Panic, wo kann ich mich hinwenden, an dem Verlag oder wie, ich mag das nicht so stehen lassen. Man kann ja immer einen Leserbrief hin auch schreiben. Genau und du kannst auch der Lydia Weniger mal schreiben, die wird eruptieren in den Leserbriefen. Ich würde sagen, kenne ich schon, da habe ich schon 40 E-Mails hingeschrieben. Aber das kannst du natürlich auch mal machen. Ja genau, das ist immer gut. Und sie schreibt auch, ich bin nicht die genannte Frau Huber. Das haben wir uns schon gesagt. Das wäre jetzt auch sehr, sehr ungewöhnlich. Kaspar David Illich schreibt, das kann jeder sagen, Beweise. Wir glauben es dir auch so, Claudia E. Huber. Definitiv. Jetzt hat aber Alexa, das habe ich jetzt hoffentlich Lydia auftragsgemäß gemacht, hört bitte in die Folge zu Satanic Panic rein, weil Lydia natürlich die absolute Expertin ist und Bernd hat da ganz viel zu gemacht. Die gibt es ja veröffentlicht. Ich glaube inzwischen sogar auf YouTube auch und bei Lydia auch auf YouTube und bei uns als Podcast. Da kriegt ihr viel mehr Informationen zum Thema. Wollte ich aber auch nur nochmal erwähnen. Aber Alexa hat noch was Schönes vorbereitet. Ja, weil es gibt nämlich auch nette Schwurbler. Was? Jetzt wird es nochmal so ein bisschen ja auch doof und schwurbelig, aber das ist jetzt mehr so Wohlfühl-Schwurbel. Aber der natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich hatte im Vorgespräch und im Chat eingebracht das Thema Rupert Sheldrake und die morphischen Felder, weil ich da so ein bisschen so einen persönlichen Bezug habe. Also Rupert Sheldrake ist nur deswegen hier in der Sendung legitim, weil er mal eine Gastprofessur an einem Schwurbelinstitut hatte. Ich hatte auch mal rausgesucht, was das ist, irgendwas mit holistischen Studien. Ich habe es irgendwie... Ein Schwurbelinstitut. Ein Schwurbelinstitut. Ein schönes Wort. Und... Wo sie alle Waschbären rauchen. Ja, ja, also mit Bewusstseinsforschung und all solchen Geschichten. Ander Waschbären. Ja. Als ich Teenager war, ich fand das total spannend. Also Rupert Sheldrake sagt nämlich im Prinzip, dass wir alle morphische Felder aussenden um uns haben und die auch alle irgendwie so ein bisschen interagieren und dass wir so miteinander verbunden sind und die Haustiere sind auch mit uns verbunden. Er sagt im Prinzip, ich versuche das jetzt mal hier spontan zu übersetzen aus dem Artikel von Michael Schirmer, Scientific American. Also Sheldrake sagt, dass natürliche Systeme, sowas wie Termitenkolonien oder Tauben oder Orchideen oder auch Insulinmoleküle... Alles das Gleiche. Alles das Gleiche. Also eine kollektive Erinnerung erben von allen Dingen, die vorher aus ihrer Art also gewesen sind. Egal wie weit sie zeitlich oder geografisch entfernt sind, also sie erben die Erinnerung von dem, was vorher gewesen ist und dann wird da noch der Satz zitiert, die Dinge sind so, wie sie sind, weil sie waren, wie sie waren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da muss man vielleicht einwerfen, da geht es aber jetzt nicht um genetische Vererbung oder sowas, das ist nicht die Thesee. Nein, 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 um Himmelswellen. Sondern das ist so ein nicht materielles, morphisches Feld, sowas wie eine Aura, die uns alle verbindet. Genau. Also es existiert quasi so ein Feld, was über das Physische hinausgeht und was dafür sorgt, sozusagen ganz zielgerichtet, dass wir so die physischen Merkmale haben, die wir haben und dass eine Orchidee so aussieht, wie sie aussieht. Und dass der Alexander nicht wie eine Orchidee aussieht. Ja, genau. Und das ist alles so, weil eigentlich, also erstens hat das Universum ein eigenes Bewusstsein und die ganze Natur sowieso. Also es geht in Richtung des historischen Vitalismus, also so eine Lebenskraft wird da angenommen. Und dann geht dieses... Wie würde das so matter-of-factly alles so runterschwurbelt? Die Anführungsstriche sind sowas von sehr. Die sind so riesig, die Anführungsstriche. Und dass du das alles sagst, während du die ganze Zeit in dieser Perspektive eine lustige Wollmütze aufhast, die ein bisschen zu klein ist, das macht es alles noch ein bisschen lustiger. Das ist so gut wie ein leuchtender Waschbär. Weißt du, wie diese kleinen Mini-Zylinder im viktorianischen Cosplay oder beim Steampunk. Stimmt. Oder so eine Haube, die man aufkriegt, wenn man Geburtstag hat. Ja, genau. Also das ist die Mütze, die Jane von seiner Mutter in der Serie Firefly bekommt. Natürlich. Und das ist eine handgemachte Replik aus dieser Film. Fantastisch. Aber Sheldrake war noch nicht zu Ende, oder? Nein, nein, nein. Also morphische Felder. Er beschreibt das ein bisschen so wie ein Bewusstsein, was über ein Gehirn hinausgeht. Deswegen können auch andere Dinge, die kein Gehirn haben, ein Bewusstsein haben. Also so wie das Magnetfeld über den Magneten hinausgeht, geht dieses morphische Feld sozusagen über das hinaus, was es aussieht und so weiter. Also es ist quasi ziemlich nah an dem Quantenschwurbel dran mit alles hängt mit allem zusammen. Ja, 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 ja. Genau. In die Richtung geht es. Alles im morphischen Feld irgendwie. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann kann man solche Dinge erklären, wie Haustiere wissen schon Minuten bevor Herrchen oder Frauchen nach Hause kommen, dass die gleich nach Hause kommen. Oder wir merken, wenn wir die Augen verbunden haben und wenn uns von hinten jemand anstarrt. Das spüren wir wegen dieser morphischen Felder. Und das ist so was... Das mit dem Kreuzworträtsel machen wir. Oh, ja, genau. Ach, und dann gibt es noch dieses schöne Ding, was da mit reinspielt, das Hundredth Monkey Phenomenon. Also das Phänomen des hundertsten Affen. dass man Dinge, die schon ganz viele Leute vorher gemacht haben, leichter erlernen kann. Also wenn zum Beispiel eine ganze Gesellschaft Experte darin ist, weiß ich nicht, Fußball zu spielen oder so, dann lernt man auch selber besser Fußball spielen, auch wenn man sich da vielleicht gar nicht so binden muss. Ist das so oder ist das nicht so? Ich nehme an. Nein. Immer noch dicke, fetter Anführungssträger. Aber ich finde das ja... Der schöne Beispiel dafür ist... Bitte das Kreuzworträtsel-Beispiel. Also wenn morgens in der Tageszeitung ein Kreuzworträtsel erscheint, dann sollte man vielleicht nicht direkt morgens dieses Kreuzworträtsel machen. Nach Sheldrake? Nach Sheldrake, angeblich. Sondern man sollte vielleicht ein paar Stunden warten, weil bis dahin, bis zum Nachmittag zum Beispiel, schon so viele Leute dieses Kreuzworträtsel gelöst haben, dass es einem selber dann auch leichter fällt. Was? Also es wird ins morphische Feld hineingeschrieben. Und ich kann dieses Feld dann anzapfen und komme dann leichter zur Lösung. Ja, genau so ist es. Ich finde das hier nicht mal von vornherein so vollkommen durchgeknallt. Okay. Also das wurde untersucht. Dem Eigner den Waschwerden weg. Ja, aber echt. Der Wahrsager-Check, entschuldige, ich muss es dazwischen sagen, der Wahrsager-Check schreibt gerade, der 100. Affe ist eine der spannendsten Geschichten und der Grund, warum ich Skeptiker wurde. Drei Ausrufezeichen. Oh, cool. Und jetzt kommst du, Aigner. Was ist damals kein Quatsch? Nein, natürlich ist es Quatsch. Es ist vollkommener Quatsch. Aber das war halt so in den 70er Jahren. Und ich finde, es ist legitim, sich das mal anzusehen. Oder in den 80ern. Also das Buch ist von 81. Oder in den 80ern. Ja, so. Und man kann ja tatsächlich sagen, es gab da irgendwie so Experimente, die wahrscheinlich schlecht gemacht wurden, wo es dann irgendwie hieß, dass Mäuse leichter durchs Labyrinth finden, wenn andere das auch schon geschafft haben vorher. Und angenommen, ich habe jetzt solche Daten. Ich weiß auch nicht, dass da schon eine andere Maus war. Aber gut. Klar. Aber es ist dann zunächst doch mal legitim, da Experimente zu machen. Das finde ich prinzipiell interessant. Hat zum Beispiel Richard Wiseman auch gemacht. Aber man müsste halt dann auch irgendwann mal zugeben, wir haben es jetzt jahrelang versucht mit den morphischen Feldern, ist nichts rausgekommen. Stopp! The Wiseman schreibt, ich fange an Chinesisch zu lernen, es kann schon genug Leute, kann ja so schwer nicht sein. Völlig plausibel eigentlich. Du solltest die Zeitverschiebungen im Auge behalten, die sollten alle wach sein, wenn du es lernst. Also das musst du doch, dann geht es noch einfacher. Man sollte bei den morphischen Feldern auch nicht vergessen, dass das sozusagen was ist. Das ist in der Biologie mal ernsthaft als Hypothese dafür diskutiert worden, wie Vererbung funktioniert, als man nämlich die DNA noch nicht kannte. Man hat sich alle möglichen Gedanken darüber gemacht, wie denn das sein kann, dass da sozusagen ein Kind geboren wird und das Kind irgendwie schon vornherein vorbestimmt ist, dass das irgendwie Haare kriegt und irgendwann auch Schamhaare kriegt und was weiß ich was alles. Also dass sozusagen Entwicklungsschritte schon vorprogrammiert sind. Die Hautfarbe des Kindes stimmt überein mit den Hautfarben der Menschen rundherum. Und im anderen Kontinent kommen ganz andere Kinder zur Welt. Das ist schon irgendwie auffallend. Und da gab es durchaus mal Diskussionen, dass das über so ein noch unbekanntes Feld entstehen könnte. Nur dass der Sheldrake das also irgendwie viele, viele Jahrzehnte später, als es schon längst total veraltet war, das wieder ausgegraben hat und angefangen hat, das weiter zu spinnen. Das ist eigentlich das. Und da kommt ja jetzt zu, dass der extrem charismatisch ist, ein ganz super typischer Typ ist. Nett, nett. Also ich habe mir heute noch mal einen Vortrag von ihm angeguckt. Das ist so ein Typ, so grauhaarig, irgendwie mit so einem ganz unauffälligen, liebenfreundlichen Gesicht. Und dann stellt er sich da hin und erzählt mit einer sanften Stimme, was über ein Bewusstsein, was über ein Gehirn hinausgeht. Und erzählt ein bisschen was von Platon und Aristoteles. Und fängt da an, irgendwie so eine alternative Wissenschaftsgeschichte zu entwickeln und kommt dann irgendwann zu dem Schluss. Und deswegen wissen die Tiere immer zehn Minuten eher Bescheid, bevor wir nach Hause kommen, dass Tiere Gewohnheitstiere sind und das irgendwie relativ gut alles verpacken. Auch das Auto erkennen können, was vorfällt. Aber das hat halt so ein... Diese Tiere haben einen siebten Sinn. Geschichte bin ich nämlich zu Sheldrake gekommen, weil wir immer Hunde hatten in der Familie. Und ich muss auch sagen, ich war auch von so esoterischen Sachen als Teenager total fasziniert, meine ganze Familie auch. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, ja, warum kennen die uns denn genau die Tiere? Warum können die irgendwie Dinge vorausahnen? Und die scheinen ja wirklich immer was wahrzunehmen, was wir nicht wahrnehmen können. Und über diese Schiene bin ich da drangekommen. Und das ist halt auch so eine Geschichte von Schwurbelprofessoren, die vermitteln manchmal auch so eine Wohlfühlwissenschaft. Also die sagen nicht die Dinge, die unangenehm sind, sondern die bestätigen uns das, was wir uns schon immer überlegt haben. Und das macht uns Spaß. Und das ist der Confirmation Bias. Und das ist... Ich sehe das doch an meinem Hund. Genau, ist doch so. Also wenn der das sagt, dann ist die Stimme zerstört. Das passt auch sehr schön zu Hans-Peter Dürr. Ja. Jetzt musst du... Ja, jetzt warten wir alle auf. Den müssen wir irgendwie noch reinbringen. Also Hans-Peter Dürr war Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München und damit unmittelbarer Nachfolger von Werner Heisenberg. Oh, okay. Und er war das bis 1997. Und zwar bis Ende 1997 muss man dazu sagen, dass ich Mitte 1997 am Max-Planck-Institut für Physik in München meine Doktorarbeit angefangen habe. Das heißt, der war noch einer der sechs Institutsdirektoren, als ich da angefangen habe. Ich habe persönlich nie ein Wort mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn nur aus dem, was er geschrieben hat und aus Videoaufnahmen und so weiter. Von ihm ist er vor ein paar Jahren auch gestorben. Aber Hans-Peter Dürr hat, nachdem er dann Institutsdirektor war, einige Jahre später, vor allen Dingen dann in den 2000er Jahren, hat er dann angefangen, Bücher zu schreiben. Also unter anderem ein Buch über Sheldrake, wo er das alles also sehr, sehr bestätigt hat und das als total spannende echte Wissenschaft verkauft hat. Das war, glaube ich, 1997. Und das war dann der Punkt, das ist das Erste, was ich so von Dürr mich vage erinnere aus dem Institut, dass also beim Mittagessen in der Kantine dann Leute gesagt haben, das wird aber jetzt mal langsam Zeit, dass der jetzt mal in Ruhestand geht, weil er wird langsam peinlich. Oh, okay. Das ist meine allererste vage Erinnerung. Das sind wirklich sehr vage Erinnerungen an daran, was ich von Hans-Peter Dürr gehört habe. Und später erzählte er dann, dass irgendwie Materie ja eigentlich gar nicht existiert und dass Materie irgendwie geronnener Geist sei. Und der hatte so eine Art, und das kriegt man in den Videos auch mit, eine ganz warmherzige, mitnehmende Art. Und der hatte so die Fähigkeit, Leuten das Gefühl zu vermitteln, sie hätten endlich die Quantenphysik verstanden. Und ganz oft wird das dann auch noch verknüpft mit moralischen Aussagen. Das finde ich auch spannend. Dürr war ja auch aktiv in der Friedensbewegung, was ihm hoch anzurechnen ist. Tolle Sache. Er hat auch den alternativen Nobelpreis gewonnen. Und das wird dann von manchen Leuten als Beleg für die wissenschaftlichen Aussagen genommen. So wie bei Shed Craig. Das sind dann Aussagen, die sich total gut anfühlen. Wir gehören alle zusammen. Wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Das ist ja vollkommen richtig und schön und gut. Und das sollte man auch immer wieder betonen. Und für Frieden bin ich auch total. Das freut mich auch mal. Auch mit Waschbären. Und das wird dann oft verwechselt, diese moralische Ebene mit der naturwissenschaftlichen Ebene. Also Dürr hat sich offiziell ernennen lassen zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, während er in Starnberg gewohnt hat und in München von der Bundesrepublik Deutschland in München am Max-Planck-Institut bezahlt worden ist. Daraufhin er tatsächlich nicht geforscht hat. Das fand ich auch spannend. Mich hat dann interessiert, weil der ist auch in den Medien so verkauft worden, als einer der ganz großen Köpfe der deutschen Physik. Und eigentlich, das wurde mal so getan, das hätte er irgendwie auch einen Physik-Nobelpreis gekriegt. Und dann habe ich mal so recherchiert, wie bedeutend war der eigentlich fachlich? Und dann kam man so ein bisschen drauf, naja, also Punkt 1 ist er wohl Institutsdirektor in München geworden, weil der Heisenberg wollte, dass er Institutsdirektor war. Und Heisenberg war halt, der war... Gottfaser auf... Ja, Heisenberg war, als der in Ruhestand gegangen ist, war der unangreifbar und danach auch noch. Und wenn Heisenberg gesagt hat, der Dürr wird Direktor, dann wurde der Dürr Direktor. Und dann habe ich mal so geguckt, was hat denn der eigentlich so wissenschaftlich publiziert? Und der ist 1973 oder 1977, also er ist jedenfalls Mitte der 70er Jahre, ist er Institutsdirektor geworden. Und er war das bis 1997 und er hat nach 1983 genau gar nichts wissenschaftlich gemacht. Krass, zehn Jahre lang. Noch nicht dahinter ist das viel. 14 Jahre lang war der Direktor eines Max-Planck-Instituts und hat keine einzige wissenschaftliche Veröffentlichung mehr gemacht. Aber nicht hinten als Selbstautor? Nein. Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt relevant ist, aber so eurer Reaktion entnehme ich, dass dem so ist. Nein. Das geht gar nicht. Er war dann, also das Institut hatte dann ja sechs oder sieben Direktoren. Er wurde dann immer mal zum geschäftsführenden Direktor gemacht. Das ist also der letzte Job, den du an dem Max-Planck-Institut, also mit mehreren Direktoren, will immer keiner der geschäftsführende Direktor sein, weil es ist der, der den ganzen Papierkram unterschreiben muss. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen Direktoren gesagt haben, Hans-Peter, wenn du schon sonst nichts machst, dann unterschreibst du wenigstens die Arbeitsverträge. Und ansonsten, der hat dazu auch gestanden. Also er hat Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ja, warum soll ich mich denn mit irgendwelchen Teilchen beschäftigen, wenn wir dabei sind, die Welt zu zerstören? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und hat sich aber, was er ja völlig, hätte er gerne tun können, finde ich es völlig legitim, dass er das so sieht, aber dann hätte er sein Amt als Institutsdirektor niederlegen müssen. Der Wahrsager-Check schreibt gerade bitte nicht, alternativer Nobelpreis, das Ding heißt Right Livelihood Award und ist eine Stiftung des reichen Armen. Das hat mit dem Nobelpreis absolut nichts zu tun. Warum heißt das dann so? Weil die Medien beschlossen haben, dass das normalerweise so genannt wird, aber das ist nicht unbedingt ein gutes Argument, das ist wahr. Wie das Gottes Teilchen. Ja, genau. Übrigens hat dieses, wie hieß das, Alexa, das N-Feld? Die N-Strahlung. Und mit den Affen hat das auch irgendwas zu tun, mit diesen Affen, die auf verschiedenen Inseln aufwachsen und dann kann der eine plötzlich was, was der andere gelernt hat? Ja, also das würde in dieser Theorie sozusagen auch eine Rolle spielen. Ja, weil räumliche Entfernung ja kein Argument ist für die Übertragung von Dingen, also von Informationen. Also nicht die N-Strahlung, sondern die morphischen Felder. Ja, die morphischen Felder. Die morphischen Felder. Das waren die morphischen Felder, das war nicht die N-Strahlung. Das war was anderes. Die N-Strahlung war der Franzose mit dem Prisma. Aber der Franzose mit dem Prisma. Da sehen wir ja, wie toll diese morphischen Felder eigentlich wissenschaftlich untersuchbar wären. Das ist eine falsifizierbare Theorie. Hat ja Richard Weisman gemacht. Genau, das Anstarr-Experiment. Also wirklich mal getestet. Kannst du spüren, wenn dich Leute von hinten anstarren, mit Augen verbinden und so weiter. Das wurde getestet. Ja, und das war halt nicht signifikant über dem Zufall das Ergebnis. Meine Frau möchte wissen, ob auf Florians Shirt ein Waschbär oder eine Schrödinger Katze ist. Das ist eine Schrödinger Katze mit dazugehörigen Formeln. Das ist ja toll. Kann man das kaufen, Florian? Gibt es auf Supergeek zu kaufen. Im Nachbar-T-Shirt-Webshop zum Hoxilla-T-Shirt-Webshop. Also einfach dort draufklicken und alles kaufen, was es da gibt. Alles kaufen. Das ist ein sehr cooles T-Shirt. Schrödingers Katze ist tot-T-Shirt an. Gibt es das auch mit V-Ausschnitt? Weil ich hasse ja Rund-Ausschnitt. Also nicht an Leuten, sondern an mir. Gibt es auch mit V-Ausschnitt? Ich glaube schon. Es gibt zumindest verschiedene Varianten davon. Sehr gut. Sehr gut. Meine Fresse. Also ich muss noch mal sagen, wir haben ja über, als wir über Vererbung gesprochen haben, auch über diese Assmann'sche Theorie vom kulturellen Gedächtnis oder vom kollektiven Gedächtnis gesprochen. Und das hat nichts mit den morphischen Feldern zu tun. Also da werden natürlich auch Erinnerungen hochgehalten in einer Gesellschaft und Traditionen weitergegeben, aber relativ handfest und nicht durch irgendwelche Felder. Die werden halt tatsächlich weitererzählt. Und das ist ein Gesamteffekt. Das ist etwas völlig anderes, als wenn ich irgendwie sage, das wird über irgendein Feld weitergegeben. Und was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, ist Florians absolutes Lieblingsthema. Was? Ich wollte gerade die Abmoderation machen. Jetzt wollte ich jetzt sagen, freie Energie und Perpetuum Robili. Das muss man demnächst nochmal machen. Das ist ja eine eigene Sendung. Stimmt. Da gibt es nämlich auch noch wunderbare Professoren dazu. Es gibt so tolle Professoren dazu. Sie sind Fachhochschulprofessoren, aber sind tatsächlich Professoren. Ich glaube, ich möchte einfach eine Sendung mal haben, wo Florian die E-Mails vorliest, wo Menschen ihnen beschreiben, warum sie freie Energie erfunden haben. Da möchte ich auch gar nicht reden. Da möchte ich einfach nur zuhören. Machen wir so eine Sondersendung. Florian Aigner liest. Da schaffe ich nicht nur zuzuhören bei dir. Und lass uns bitte über Nikola Tesla reden. Oh ja. Ach, Tesla ist auch schön. Ach, toll. Was wir alles für Themen haben. Schiefer-Shirts gibt es von der Katze Schiefer-Untersetzer. Die Katze lebt. Was sind das für Getränke bei Tommy im Hintergrund? Die seht ihr bei Zoom nicht, aber die kann man da sehen. Hier ist zum Beispiel ein halb leergetrunkener. Das ist, jetzt müsste ich eigentlich Werbung einblenden, weil das ist tatsächlich Maramed, also Med, der zu meiner Buchtrilogie gehört und wahnsinnig gut schmeckt. Da gibt es eben den klassischen Honigwein, weil es geht ja um Wikinger und Co., da muss es auch der klassische sein. einen Blaubeerwein, Blaubeeren, Blaubeerenwein und es gibt den Hanfmed, weil der nämlich im Film Maramed der Feuerbringer erwähnt wird. Da sagt Josef Hannesschläger Gotthab in Selig, was ist denn das, ein Hanfmed? Und darum musste es den natürlich auch geben. Außerdem ist es so, dass die Bücher ja nun mal rot, blau und grün sind. Merkst du? Ja, genau. Das Zwing gibt es, das. Genau. Und ich trinke tatsächlich, also ... aus einem ganz wunderschönen Mittelalterbecher, wunderschönen Hanfmed den ganzen Tag. Nein, tue ich nicht. So, meine Fresse. Boah. Was? Das ist eigentlich nicht so absurd geworden, wie ich gedacht habe. Ja, ich weiß auch nicht. Es war sehr gesittet. Der Wahrsager-Check schreibt ... Außer leuchtende Waschbären gerucht haben wir eigentlich keine ... Das fand ich aber, das fand ich auch gut und wichtig, dass wir leuchtende Waschbären haben. Der Wahrsager-Check schreibt, das mit den Affen lässt sich erklären. Die können gut schwimmen. Die Wissenschaftler tauschen die zwischen Inseln aus, um den Genpool sauber zu halten. Die Affen werden seit den 30ern beobachtet und haben alle eigenen Namen. Okay. Ich fände es ja schon toll, wenn mal irgendwann auch mal so eine Ferngespräch-Folge ist, wo wir dann plötzlich feststellen, im Moment, nee, warte mal, kalte Fusion, ja, na klar. Ja, oder, oder Hobziakrott den Geist gesehen oder irgendwie sowas. Aber eigentlich wird hier die ganze Zeit immer nur, es werden einfach nur Illusionen genommen. Ja. Ja, also wenn es das gäbe, ja, aber ich finde es ja viel schöner, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das macht viel mehr Spaß, als sich in die Tasche zu liegen. Ja, nicht dein, nicht wenn es jetzt in die Tasche, nein, wenn jetzt neben mir der Jesus auftauchen würde. Verstehst du? Zum Beispiel. Mitten im... Das würde dir keiner glauben, weil du hast ja Blue Screen. Ah! Green Screen. Everybody Screen. Wenn neben dem Florian Aigner ein glühender Waschbär auftauchen würde. Das fände ich schon sehr, 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 sehr gut. Der zu uns spricht. Auf Österreich. Mit der Stimme von Martin Moder. In unseren Köpfen. Stimmt. In unseren Köpfen, dann können wir nämlich falsifizieren, ob wir alle das Gleiche gehört haben. Das würde funktionieren. Weil wenn er mit der Stimme von Martin Moder spricht, würde ich es schon nicht mehr glauben. Wir müssen mal im nächsten Ferngespräch irgendwie ein Experiment machen. Wir müssen mal irgendwie... Gedankenübertragung machen. Ja, Gedankenübertragung oder so. Okay. Wir können ein Ferngespräch per Usherboard machen. Das wäre doch mal was. Das wäre sehr anstrengend für die Zuschauer. Was ist das für eine Expertenrunde? Sehr gut. Ich möchte ja... Wir sind ja aktiv dran. Also der Tommy Krabbe weiß, meine Frau, die Zweiberts. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt hier. Wahrscheinlich nicht. Und ich möchten gerne diese schöne Idee mit den Horschach-Tests. tatsächlich marktreif produzieren. Wer sind denn die Zweiberts? Bis Silvester. Das ist Albert und Robert, zwei Comedy-Autoren. Und die heißen halt Zweibert, weil sie beide Bär im Namen haben. Sehr schön. Und genau, wir möchten das tatsächlich rausbringen als Alternative zum ja jetzt nicht ganz gesundheitsfördernden Bleigießen. Und wir haben auch schon einen Partner, den viele hier kennen, der das machen würde. Und ich finde das ganz großartig. das Problem, was wir dabei haben, ist natürlich, da müssen wir, glaube ich, im Wahrsager-Check da nochmal reden, weil wir natürlich auch ein Büchlein reinpacken, wo wir es deuten. Und dieses Büchlein muss natürlich irgendwie hundertprozentig klar machen, dass das keine echte Voraussage ist, sondern ein Party-Spiel. Ein Spaß. Genau. Ein Spaß. Und das werden wir dann alle zusammen, wenn wir das tatsächlich schaffen, werden wir das alle zusammen bei unserem Silvester 2021 Ferngespräch spielen. Geil. Und dann herauszufinden, wann wir denn alle geimpft werden. Jetzt war die Stimmung so gut, die ganze Zeit. Da kommt die Hupe von Holm unter den Tisch vor. Honk, honk. Honk. Und wir haben keinen Martin, der sagt, alles wird gut. Ja, genau. Was ist denn, was ist nächste Woche? Ja, ich habe das schon vorbereitet hier. Wir werden das nächste Mal über Coaches sprechen. Oh. Mit Holm, der sich nicht gewehrt hat, also steht er auf der Liste. Und Sophia ist dabei, da freue ich mich außerordentlich. Und ich bin gerade mit Bernd gedanklich am Verhandeln, der gesagt hat, wenn er das Buch über Coaches bis nächste Woche fertig geschrieben hat, ist er auch dabei. Haben wir nochmal gucken. Das können wir noch nicht versprechen. Hat er dir das gerade rübergedacht? Das hat er mir gerade rübergedacht. Erstaunlich, wie er das macht. Gut, genau das hatte ich gerade. Rübergedacht finde ich ein schöneres. Hat er rübergedacht. Meine Fresse. Also, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Alexa, du musst dir nachher den Chat anschauen. Als du angefangen hast zu definieren, habe ich hier fünf Minuten lang nur dein Emote gesehen. Das war ganz gut. Honks for Hope kam natürlich. Honks for Hope kam natürlich auch. Ein Florian-Eigner-Emote muss demnächst passieren, sonst bin ich beleidigt. Nein, kein Bhakti. Der ist kein Professor. Doch. Der war Professor, selbstverständlich. Bhakti war Professor. Ja, ja, Bhakti war Professor, ja. Aber der wäre jetzt auch... Entschuldigung. Ich war ein Idealtyp von Schwurbel-Prof. Also, er ist natürlich Professor im Ruhestand, aber ja. Ja, weil der wurde gerade... Jetzt haben wir den Bhakti vergessen. Das ist schon... Ja, das habe ich im Hirn die ganze Zeit immer mir gedacht, ach, die erwähnen den Bhakti nicht bestimmt, ist der gar kein Professor. Bei denen haben wir schon so oft gesprochen. Ja, bei denen haben wir schon so oft gesprochen. Ich habe ja schon auf Twitter verklausuliert vermutet, über wen wir heute reden würden. Und ich glaube, keinen von denen, die ich vermutet hatte, haben wir jetzt abgehakt. Das ist ein bisschen traurig. Ja, aber indirekt haben wir nicht indirekt drüber geredet, weil der doch den Brief... War er das, der den Brief an den Merkel geschrieben hat? Nee. War das wieder ein anderer? Der Bhakti? Das weiß ich gar nicht, wer denn an den Merkel geschrieben hat. Das hat doch einer einen öffentlichen Brief an den Merkel geschrieben. War das nicht der Bhakti? Klingt nach Homburg. Homburg? War es Homburg? Ja. Also, ja. Also, ich hätte auch noch Claudia von Wernhof gehabt, aber... Das war Bhakti, schreibt der Halbjurist gerade. Es gibt ein Video dazu. Das war Bhakti. Und wer hat es gewusst? Da war es Speer. Ja, genau. Vielleicht kann man das irgendwie ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen. Sowas wie Bhakti redet Scheiße oder so. Also, irgendwas Prägnantes? Oder ist der auch so, dass man sagt, komm, es ist kein Problem? Ich habe ein bisschen was für einen Vortrag mal über Bhakti vorgestellt. Also, zunächst muss man sagen, Bhakti galt in den Medien, im Frühjahr wurde er auch in seriösen Medien noch als Virologe vorgestellt, was er definitiv nicht war. Der ist 74 Jahre alt. Ich will keinen Rentner schlecht machen, aber man stelle sich vor, man käme, wenn man schon in Rente ist, man käme so nach 10 Jahren ungefähr in den alten Betrieb zurück, würde er in eine andere Abteilung gehen, in der man vorher nicht gearbeitet hat. Und würde dann allen Leuten in dieser Abteilung erzählen, das, was ihr da macht, ist alles Scheiße. Ich erzähle euch jetzt mal, wie das richtig geht. So ungefähr ist das, wenn Sucharit Bhakti jetzt irgendwie auch sagt, die Virologen haben alle Unrecht und ich habe Recht. Das ist super zusammengefasst. Hast du gerade gehupt? Also, er hat in seiner gesamten Karriere drei Publikationen gemacht, in denen das Wort Viren überhaupt vorkommt. Davon war nur eine, eine tatsächliche Studie. Und da ging es um Dengue-Viren und da war er garantiert nicht deshalb dran, weil er Ahnung von Dengue-Viren hat, sondern da ging es noch um Blutgefäßwände, zu denen er im Zusammenhang mit Bakterien mal geforscht hatte. Also, er hat eine einzige Studie, wo er als einer von ganz vielen Autoren mit draufstand, in der es tatsächlich um Viren ging. Ansonsten hat er nichts zu Viren gemacht in seiner gesamten Karriere. Zum Vergleich mal so Christian Drosten, 150 Publikationen nur zu Coronaviren. Das muss aber nichts heißen, das heißt nicht, dass er sich da auskennt. Nein, überhaupt nicht. Und die hat seine gesamte Karriere an diesem Thema gearbeitet. Und dann sagen wir mal, diese 150 Studien sind alle durch Peer-Reviews gegangen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht 30 nicht, aber... Es sind 150 Publikationen, also es sind vielleicht auch nicht alle, es werden auch irgendwelche Reviews sein oder sowas und irgendwelche Letters, aber da sind sicherlich ein Haufen Peer-Review-Studien dabei. Im Chat steht jetzt gerade, back die Badehose ein. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen, ganz schnell. Tommi, mach die Abbot. Ja, okay. Das sollte er mal tun, wenn er... Wobei, er will ja auch... Bakhti, das muss ich noch loswerden. Bakhti hat am 29.01.2021 erklärt, er will Deutschland verlassen, weil Deutschland eine Diktatur ist. Ja, ist doch gut. Ah, okay. Naja, dann nehme ich Hoffnung. Also, Van Tartis schreibt, ich nehme aus der Sendung mit, Schrödingers Waschbären glühen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was wir heute hier präsentiert haben. Das ist ein ganzer Monat von Arbeit erzählen, da machst du dir viele Freunde mit in der Karte. Vielen Dank, bis nächste Woche. Dankeschön. Schönen Abend, nehmt dann noch ein Glas Wein und zündet euch einen Waschbären an. Damit er schön glüht. Auf Wiedersehen.